Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Date Diaries. Ich habe heute wieder ein Date, hatte ich ja so lange nicht mehr, und zwar mit einer ganz tollen Frau. Mit der wundervollen, einzigartigen, heißgeliebten, sexy, tollen Sonny Loops. So wurde ich noch nie announced, das ist toll. Freut mich. Hallo. Hi. Na, wie geht's dir? Hey, wie komisch, ich hab noch nie jemanden gefragt, wie es im Gede-Podcast. Warum haben wir das gerade beide gleichzeitig gefragt? Weil wir Redebedarf haben über unser Date-Leben. Hast du Redebedarf über dein Dating-Leben? Nee, ich hab ja noch Dates, aber halt mit meinem Freund, das ist ja jetzt nicht so spicy vielleicht für die... Ich glaub, das kriegen wir spicy Sachen raus. Wir fangen an mit einer kleinen Speed-Date-Runde, um dich kennenzulernen. Ja, sehr gerne. Wie alt bist du? Sieben und... Ah, nein, ich bin nicht mehr 27, ich bin 28. Gut, dass du darüber nachdenken musst. Ja, weil ich hatte ja gerade erst Geburtstag, weißt du, dann ist man noch kurzer. Alles Gute, nachträglich. Ich hab noch ein Geschenk für dich mit. Echt? Ja. Oi. Soll ich dir das jetzt hier... Ja. Ist das nicht komisch? Nein, ja, nein. Ja. Mach's jetzt, los. Okay, Moment. Ich bediene jetzt beide Mikrofone. Oh, Scheiße. Also, Jen hat mich ja überrascht an meinem Geburtstag, was sehr, sehr süß war. Also, falls ihr das nicht gesehen habt, hab ich es gevloggt? Nee, hab ich nicht. Ach, dann ist es auch egal. Auf jeden Fall ist Jen eine der Freundinnen, die Leute gerne überrascht. Und wir machen zusammen, das müssen wir auch noch machen, ne? Machen wir so Töpfern. Töpfern zusammen. Mach das auch diesmal. Weil, also, Entschuldigung, ich glaube, ich kenne keinen Menschen, der so viele Pinnwände oder so wie du hat da. Sie hat da so 10.000 Mal meine Wishlist für die und die Aktie. Aber das ist, weil ich halt so, keine Ahnung, wenn Leute ihre Wishlisten verlinken, dann finde ich das immer voll interessant. Und ich mache es halt dann immer zu jedem so, wenn Prime Days sind, wenn Black Friday ist und so. Das ist jetzt hier gerade keine Werbung. Nein, I wish. Ja, und da habe ich etwas rausgesucht. Ich habe es dir dann schon erzählt, deswegen ist es jetzt einfach nur da. Ach Mann, ich wollte jetzt hier so tun. Oha, Sonny Loops, bist du fake? Maybe, nein. Da gibt es ganz andere Leute. Oh, wow. Okay, nimm mal mein Mikro. Weil ich muss jetzt hier. Ey, es war. Du weißt ja eigentlich schon, was es ist. Das ist so klein vermag. Ja, oh mein Gott. Ich musste gleich ein Bild zeigen, wie das ankam. Es war vakuumiert. Es war so. So wie bei Temu. Dann habe ich gedacht, mein Kissen war so einvakuumiert. Ja, deswegen ist es. Wie ist es? Ach, wie ist es keine? Man könnte daraus auch ein Kissen nehmen. Es war anders, als ich erwartet habe. Ja, es ist billiger. Ja. Es ist ja einfach nur ein Stoff. Ja. Aber es ist hübsch. Es ist hübsch. Ja, also deswegen. Sie hat schon ein anderes Geschenk bekommen und es war einfach nur was auf ihrer Wishlist. Und wir haben irgendwie was anderes erwartet. Also es ist, ach so, für die, die nicht zugucken. Aber danke, es ist süß. Warte, süß. Sehr süß. Dankeschön. Bitteschön. Für die Leute, die nur zuhören, es gibt auch einen Videopodcast auf YouTube, solltet ihr euch anschauen, dann seht ihr das Geschenk. Ja. Es ist eine Tasche, so eine Kuscheltasche mit, so eine Flauschtasche mit grünen Herzen. Und das ist eigentlich von uns beiden der Geschmack, weil wir haben einen ziemlich gleichen Geschmack. Ja, so. Ja. So ein bisschen kitschig, süß so. Ja, genau. Aber es ist halt schon. Man hat sie sich anders vorgestellt auf dem Bild. Ja. To be honest, ich war auch. Wahrscheinlich hätten wir das kurz auch zusammennähen können. Ja, es ist jetzt auch mal eine neue Geschäftsidee, to be honest. Also ich habe sowieso tausend DIY-Geschäftsideen. Aber sie ist weich. Das ist auch eine gute Idee, wie ich Taschen einfach herstellen kann, mit diesem Magnet da einfach reinnähen. Ja. Ja, werde ich machen. Ist in Ordnung. Ist eine Süße. Sie ist eine Süße. Also, ja. Ich würde da einen Hut draus nehmen. Nein, das ist, ich mache da, ich gehe meine Groceries damit einschaffen. Wie wenig willst du kaufen? Eine Nuss. Ja, ich schäme mich ein bisschen, dass ich sie in meine so Kaufliste getan habe, weil es ist ja toll. Du hast sie ja zum Glück nicht in einer Empfehlungsliste, sondern in einer Wunschliste. Ja, das stimmt. Dafür kann ich nichts. Aber danke dir, das ist sehr süß. Bitte schön. Also, das Speed-Dating haben wir eine Frage geschafft. Okay. Wo wohnst du? In Köln. Wohne ich? Ja, seit neuestem, also, wahrscheinlich schon. Guck mal, ja, ey, das ist, also viele sagen das und dann habe ich letztens irgendwie sowas gepostet, dass ich jetzt, seit ich in Köln wohne, da habe ich so in Klammern seit einem Jahr ungefähr, dass ich seitdem keine komischen Gassi-Stories mehr hatte. Ja, stimmt. In Berlin ist mir jeden Tag irgendeine Kacke passiert, weil ich habe da auch so mitten im Geschehen gewohnt. Ja, fortwürdig. Aber jetzt habe ich es nicht und auf jeden Fall haben mir da so viele Leute geschrieben, so, hä, wie, du wohnst da schon ein Jahr? Also, es ist noch nicht ganz ein Jahr, im Januar ist ein Jahr. Im Januar bist du hergezogen. Ja, aber es sind halt zehneinhalb Monate schon so. Ja, schon eine Weile. Ja, das ging irgendwie echt schnell. Ja. Es kommt mir vor, als wärst du kürzer hier, weil du … Was? Weil du erst seit kurzer Zeit … Was? Ich weiß, was ich so … So, mehr so open to the world bist. Ja. Und erst so richtig hier, weil, ihr müsst wissen, Sonja und ich kennen uns jetzt schon einige Jahre. Sie hat mich damals mit Julia in eine Party reingeschleust, auf der ich eigentlich nicht eingeladen bin. Boah, ich bin eigentlich sonst so ein Schisser bei sowas, ne? Aber es war eine Outdoor-Party und es war … Also, man konnte einfach so dazwischen so laufen. Naja, also es war schon riskant ein bisschen, aber die haben halt nicht geguckt. Sagen wir mal so. Es war halt nicht überall abgesperrt, da waren halt Lücken von der Location. Da war zwar ein Zaun, aber da waren auch Lücken. Da war kein Zaun. Doch, so eine Aufstell-Metall-Absperrung. Nein. Doch, ich erinnere mich. Ach so, aber vorne beim Eingang. Ja. Aber an der Seite sind ja nur Container mit Blumen dazwischen. Ja, 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 genau. Und da konnte man einfach durch. Ja. Und ich war da schon mit Julia damals befreundet und wir kannten uns noch nicht. Und an dem Abend habt ihr mich zusammen da reingeschleust und so haben wir uns kennengelernt. Ja, das stimmt. Da haben wir so eine kleine Show abgezogen. Das war auch schon 2016. Ja, 16 oder 17. Da habe ich Julia dann so eine Woche vorher kennengelernt. Ja, seitdem kennen wir uns und ich hatte immer das Gefühl, du bist einfach ein Mensch für mich. Wir haben sehr viele Ähnlichkeiten. Und dann haben wir uns immer mal wieder gesehen bei Events. Ja. Und es war immer so ein bisschen schwierig, weil ich wollte, aber ich wurde immer so ein bisschen so an der Leine gehalten. Du hattest mich so am Haken, weißt du? Okay, aber in Dating-Sprache. Aber nicht mit Absicht. Also ich bin jetzt niemand, der Leute am Haken hat und dann so immer so mal die Angel so rein und dann wieder raus. Also eigentlich nicht, aber das Ding, also mein Problem war immer, wenn ich nach Köln, also das war ja auch ein Grund, warum ich es immer mal ausprobieren wollte, nach Köln zu ziehen. Weil ich, wenn ich in Köln war, also dann musste ich das nur einmal, das klingt jetzt so dumm eigentlich, so richtig sorry. Ja, du hast es, warte, ich sag's, du hast es gepostet und ich habe instant geschrieben, wollen wir uns sehen? Und ich war nicht die Einzige. Genau, es waren halt richtig viele immer. Und dann war ich immer so, fuck, so, eigentlich will ich auch mal so neue Leute besser kennenlernen, aber dann will man auch die Leute, die man gut kennt, eigentlich nicht enttäuschen. Und dann, ich hatte dann manchmal so fünf Verabredungen an einem Tag und habe dann währenddessen noch zwei Leute wieder abgesagt, weil dann doch länger ging und so. Also wirklich immer voll anstrengend. Wir haben irgendwann mal dann noch mehr gebondet, als wir auf einer Party waren und danach habe ich bei dir in deinem Hotelbett geschlafen. Ja, oh Gott, das war ein Abend, den vergessen wir einfach mal ganz schnell. Aber wir haben, dann haben wir mehr miteinander gemacht. Ich weiß, immer nur so Gamescom-Woche oder sowas war das auch wieder. Oh, ich weiß sogar, ich war da oft in Köln, weil ich da so ein Format gedreht habe. Genau, und das war auch so eine Sache. Ich musste jede Woche, musste, konnte, nach Köln, habe ein Format da gedreht, aber dadurch, dass ich da gedreht habe, war ich halt immer am Drehen und bin am nächsten Tag eigentlich auch wieder zurückgefahren. Und die hätten mir niemals irgendwie eine längere Reise bezahlt. Ja, stimmt, ich erinnere mich. Das war dann auch immer so, dann dachten alle, ich bin in Köln und melde mich nicht, aber ich hatte eigentlich keine Zeit. Ja, war schon scheiße von dir. Ja, was soll ich sagen, hör mal. Ja, und dann? Haben wir uns noch ein krasser... Nein, also, wir waren halt eher so Party-Bekanntschaft-Freunde. Okay. Ich finde, weißt du, wo wir, finde ich, ein bisschen sehr gebondet haben? Also, wo es für mich war der Junggesehen-Abschied. Ach ja, das stimmt, das gab es ja auch noch. Also, diese Reise so davor hatten, wir waren so zuerst da. Aber wir waren vorher schon irgendwie voll gut miteinander, oder war das einfach nur mein Gedanke? Nein, 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 aber ich finde, ab da waren wir für mich eigentlich close. Also, auch wenn wir uns seltener gesehen haben, aber im Kopf war es dann für mich so... Ja, wir waren nämlich letzten Sommer auf Mallorca beim Junggesehen-Abschied. Genau. Wir sind da zusammen, waren wir dann zu dritt und dann... Sorry, Hund hat hier gerade mal komische Geräusche gemacht. Willst du auch was sagen? Das war sein Statement des Abends. Ja, man hat absolut nichts gehört. Ja, und das war schön. Ja, ich fand es da richtig cool, weil da waren wir so... Das war so, da haben wir das erste Mal so richtig krass am Stück was gemacht und so Sachen erledigt und geplant. Und da hat man so richtig gemerkt, dass man... Weißt du, da haben wir auch, ich weiß noch, so Realtalk gehabt im Zimmer und so. Im Zimmer? Im Auto, kann ich mich erinnern. Im Auto, ja, aber im Zimmer auch irgendwie erinnere ich mich dran. Bevor alle kamen, die kamen doch so voll spät an und dann haben wir da im Zimmer gechillt irgendwie, vertritt. Kein Plan, ist ja auch egal. Naja, das war auf jeden Fall schön und deswegen... Ist auch so richtig witzig, es klingt so dumm, aber... Sonny ist jemand, wo ich wirklich seit Jahren den kompletten Content verfolge. Ich bin ja sowieso jemand, der alles immer sieht. Willst du sympathisch hier rüberkommen oder... Nee, aber ich guck, ich bin jemand, der noch viel YouTube konsumiert. Ich liebe Vlogs, ich guck richtig viel. Ich guck auch alles immer von Julia und von dir und von ein paar anderen Menschen, aber nicht viele. Und dadurch weiß ich immer alles, was bei Sonny abgeht. Und es ist mir dann manchmal schon unangenehm, ob das weird für sie ist, dass ich so viel von ihrem Leben weiß. Nee, ich find's eigentlich cool, weil ich bin genauso. Also ich guck von allen Leuten, die ich mag, auch die Sachen. Hast du schon mal den Podcast angehört? Ich hab ein paar Folgen so ein bisschen gehört. Naja, aber schon. Ich sag auch ehrlich, ich schwöre, ich hab die Folge von Julia ein bisschen gehört und so. Aber ich will kurz eine Sache sagen, und das ist echt ein bisschen weird, weil ich mal auch einen eigenen Podcast hab, aber ich bin eigentlich absolut kein Podcast-Fan. Also Video-Podcast find ich noch ganz cool, aber ich weiß nicht, ich hör mir irgendwie keine Podcasts an. Und das war immer so komisch, so... Ich hatte selber einen, aber ich... Naja, aber du musst den ja nicht selber hören, wenn du den machst. Ja, ich hab mir auch, glaub ich, keine Folge angehört von meinem Podcast oder so, aber... Der musst du ja auch nicht. Der eignet hat mir auch nicht. Ja, ist ja auch egal. Aber auf jeden Fall, ich guck mir auch richtig gerne Sachen an von Leuten, oder wenn meine Freunde so voll lange keine Stories hochgeladen haben oder so, denk ich mir so, ich will wissen, was du machst. So, und deswegen Vlogs. Ich find's voll schade, dass so wenig Leute noch viel vloggen. Ja, ich liebe Vlogs. Können bitte mehr Leute vloggen? Deswegen find's gar nicht weird. Ich find's eher komisch, wenn ich manchmal Leuten was erzähle... Und die das nicht wissen. Ja, und die das nicht wissen. Und ich mir so denke, ich... Hallo, verfolgst du mein Leben nicht? Was bist du denn für ein Freund? Deswegen, ich find, das ist eher ein Pluspunkt. Okay, gut. Das ist schon immer weird, weil zum Beispiel auch mit der Tasche... Ich bin diese Amazon-Store-Front durchgegangen und es kann ja gut sein, dass du die Sachen hast, die du da reinpackst. Und ich so, nee, hab ich noch nie in einem Vlog gesehen und noch in einer kleinen Story. Ich wüsste es, wenn sie sie hätte. Ich find's auch lustig, als Carina mir irgendwas... Sie wollte mir auch was schenken, hat dann die ganze Zeit gegoogelt, damit sie meinte auch, sie hat dann einfach meine Videos und so kurz so... Das ist so praktisch. Ja, das ist echt praktisch. Wie machen das Leute, die nicht mit Influencern befreundet sind? Kennen die die dann überhaupt richtig? Gut, ich liess, wie lange nehmen wir schon auf? Haben noch gar nicht über Dating geredet. Okay, Dating, los. Nee, warte, ich bin noch beim Speeddate. Also, dein Wohnort. Toll, wenn ich dir jetzt die nächste Frage stelle. Ich hoffe, die kannst du schneller beantworten. Wie ist dein Beziehungsstatus? Vergeben. Toll, das war einfach. Sehr glücklich vergeben, wow. Ja, weil die nächste Frage wäre, wenn du dein Liebesleben in ein bis drei Wörtern beschreiben könntest. Oh Gott, oh mein Gott, ich hasse sowas, ich kann sowas nicht. Also, ein Wort. Ich habe auch bis drei ausgewählt. Achso, warte, ein bis drei, also, meinst du damit drei verschiedene Wörter? Toll, toll, toll. Ja, sorry, drei verschiedene Wörter. Ja, oder so einen Satz, so einen kleinen. Du kannst auch einen Satz sagen, wenn du was möchtest. Nee, ich weiß jetzt nicht, was ich kurz erliegen. Also, meine Beziehung ist gesund. Nein, es geht nicht um deine Beziehung. Dein Liebesleben. Achso, mein Liebesleben, achso, Sex. Nein. Achso. Denn, also, zum Beispiel, jemand würde sagen, Liebesleben, chaotisch. Ah. Oder. Okay, erfüllt. Oh. Ja, ich fühle mich das erste Mal im Leben so richtig erfüllt. Oh Gott. Ich habe gerade genau die Beziehung, die ich mir wünsche. Ich habe ein bisschen gebaut bekommen. Ja, ich bin fehl am Platz in diesem Podcast. Nein, um Gottes Willen, ich will jetzt hier nicht nur unglückliche Menschen hier drin sitzen. Also, hatte ich bis jetzt, also hatte ich ja bis jetzt auch nicht. Nein. Ja, okay, nee. Aber ich habe irgendwie, also, es ist so komisch. Ich sage jetzt mal kurz eine richtig komische Sache, weil ich schäme mich irgendwie dafür, glücklich immer in einer Beziehung zu sein. Oh nein. Weil ich kenne das Gefühl nicht und ich habe das Gefühl, dass mein Umfeld mich so auch nicht kennt. Und ich habe das Gefühl, dass ich, dass viele Leute so sagen, so, also, die konnten halt eher was mit der unglücklichen Beziehung, Sonja, anfangen, so. Weißt du, was ich meine? Und jetzt habe ich halt einen Freund und bin glücklich und irgendwie habe ich das Gefühl, manche kommen damit nicht so gut zurecht. Sonja, das ist unglaublich traurig, was du gerade gesagt hast. Ja, aber ich weiß auch nicht, ob das einfach nur mein Ding ist, weil ich habe irgendwie das Gefühl, weil es gibt dann so Leute, die dann so sagen, ja, ich bin das dritte Rad am Wagen oder so. Und ich denke mir dann so, nein, ich, also, können wir einfach alle. Kann ich einfach nicht verstehen. Ja, genau. Kann ich einfach nicht verstehen. Jen ist so jemand, sie würde sich niemals wie das dritte Rad am Wagen fühlen. Nee, ich gehe damit rein, so. Sie ist einfach mit in der Beziehung. Und genauso wäre ich halt auch so, wenn ich ein Paar habe, was meine Freunde sind, dann bin ich einfach deren Adoptivtochter. Mir doch egal, ich bin einfach dabei. Aber ich habe das Gefühl schon, dass viele Leute sich irgendwie mir gegenüber anders verhalten, weil ich jetzt glücklich in einer Beziehung bin. Das ist echt krass. Ich verfolge dich ja schon seit vielen Jahren und du machst ja auch viel Realtalk und redest auch viel über Freundschaften. Und du bist schon ein Mensch, der nicht so viel Glück mit Freundschaften in der Vergangenheit hatte, habe ich so das Gefühl. Aber deswegen habe ich, es gibt so viele Parallelen bei uns, weil ich halt genau weiß manchmal, was du für Ängste hast und kann das alles so krass nachvollziehen, wenn du Realtalks auf deinem Kanal machst. Und ich glaube, du, lass mir so sagen, das Leben hat dir viele Menschen in dein Leben gebracht und gegeben, bei denen du was lernen musstest. Ja, schon. Und das waren halt eher Leute, die dann vielleicht mit der Sonny von damals einhergegangen sind, weil es ist ja einfach so, die Energie, die du in die Welt rausstrahlst, die ziehst du auch in dein Leben. Ja. Und jetzt ist vielleicht der Zeitpunkt, wenn du dich so glücklich und erfüllt fühlst, dass du endlich mal andere Menschen in dein Leben dann ziehst, die dir dann genau diese Energie geben und durch die du dich noch erfüllter fühlst. Das ist sehr lieb. Ja, der Podcast ist ja auch deep, spicy und ehrlich. Ja, das ist wirklich deep. Das war gerade eine diepe Aussage. Das stimmt schon auf jeden Fall. Also ich kann schon verstehen, ich habe mich so am Anfang des Jahres vor allen Dingen, so da war ich schon, ich war halt 100 Prozent ein anderer Mensch, oder für viele Leute wahrscheinlich, weil ich einfach so, mir hat mein Manager dann auch so geschrieben, ich sehe keine Storys und so, aber das lag halt einfach an diesem absoluten Chaos. so erstens, ich habe einen neuen Freund gleichzeitig mit meinem Umzug gefühlt und ich war übertrieben in der Kennenlernphase, ich wollte das so aussaugen, weil ich so das erste Mal so jemanden hatte, der mit mir auch 247 verbringen wollte und ich halt auch und das war nicht so, dass ich, ich wollte mir die Zeit dann dafür nehmen und vor allem, weil ich hier auch ohne Möbel eingezogen bin, das muss man auch noch sagen, das war der Grund, warum ich so gefühlt die ersten drei Monate, obwohl ich in Köln war, gefühlt keine Kölner Leute gesehen habe, weil ich in der Kennenlernphase war. Du hattest drei Punkte eigentlich, neue Stadt, also Umzug, Kennenlern, also eine neue Beziehung und eine Freundschaftsklicke und du warst halt mit diesen drei Dingen so beschäftigt und das hat dich halt komplett eingenommen, also im positiven Sinne, dass dann halt nicht viel Platz für anderes war, was halt voll normal ist. Genau, aber das wollte ich ja unbedingt machen, das ist ja eigentlich der Grund, warum ich nach Köln gezogen bin, so um mit den Leuten, die ich hier die ganze Zeit immer so mag, so zu bonden und zu gucken, wie es ist, weil ich mich in Berlin ja schon manchmal so ein bisschen einsam gefühlt habe und so. Ja, deswegen, ich habe mich sehr gefreut, als du hergezogen bist, weil ich habe das Sonny so oft geschrieben, so oft gesagt. Dass ich herkommen soll? Ja, so oft. Und dann habe ich mich richtig gefreut, dass du da bist. Dann war ich erst ein bisschen traurig, weil ich so, also Julia und ich dann immer so, Sonny ist jetzt hier, aber wir haben sie noch nicht gesehen. Ich habe mich niemals gesehen. Aber du musst dich nicht schlecht fühlen, weil es ist ja jetzt anders. Ja, ich finde das so lustig, weil es gibt jemanden, der gefühlt mein Nachbar ist und wir schreiben uns auch immer so, ey, so, eigentlich müssen wir mal was machen, ja, müssen wir mal, aber ich bin gerade weg, ja, okay, ich bin nächste Woche da und wir haben uns einfach immer noch nicht getroffen, ich wohne jetzt diese zehn Monate und das ist einfach mein Nachbar. Also ein Mal haben wir uns gesehen. Das ist einfach. Auch wild. Ja, also deswegen, es ist halt manchmal auch einfach kompliziert in dieser Bubble. Ja, es ist auch, ja, manchmal schwierig. Egal, aber ab jetzt ist es, ich habe es mir so richtig vorgenommen, auch vor allem so für 2024. Jetzt, Ende des Jahres, fange ich, lege ich schon die Weichen, aber ich will das einfach alles noch mehr unter den Hut kriegen und ich möchte vor allen Dingen nicht mehr, kennst du das das so? Also, ich glaube, nee, ich glaube, du kennst es nicht, weil ich glaube, ich glaube, dir fällt sowas einfach. Aber mich, für mich braucht es manchmal so eine Überwindung, mich zu verabreden. Ich wollte, ich habe nämlich so gerade gedacht, Sonny hat vorhin noch zu mir gesagt, hey, du wirkst wie jemand, der durchgehend unterwegs ist und unter Leuten. Alter, ich sitze die meiste Zeit alleine zu Hause. Und ich habe auch, ich kenne so verdammt viele Menschen in Köln. Also, das ist bei mir schon echt krass. Mein Netzwerk ist riesig. Wenn ich auf einem Event bin, brauche ich erst mal drei Stunden, um allen Hallo zu sagen, die ich da kenne. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber ich bin echt gut im Connecten. Und bei den meisten Menschen sagt man dann auch, ja, wir müssen mal was machen. Und fast alle Menschen davon, mit denen würde ich gerne was machen, weil ich, sonst würde ich nicht mit denen so gut connecten. Aber die meiste Zeit sitze ich bei mir zu Hause, alleine in meiner Wohnung und denke mir so, ja nee, ich müsste ja jetzt Energie da reinstecken, mir überlegen, wen von dieser ganzen langen Liste könnte ich jetzt fragen und mal was machen. Aber da sind dann so viele auch dabei, mit denen kannst du nur essen gehen. Das macht man in Köln halt so viel. Man trifft sich einfach zum Essen gehen. Ja, und ich mag das nicht. Und ich mag das aber einfach, mit jemandem zu chillen. Ja, übel. Und ich habe keine Freunde zum Chillen. Also selbst meine besten Freunde, also mit Carin natürlich so. Aber die meisten, also meine Freunde sind alle so busy, dass man sich nicht zum einfach Abhängen trifft. Das vermisse ich so sehr. Ich glaube, das liegt aber an unseren Jobs. Also das ist das, weil wir den Job machen, den wir machen und alle gefühlt keine Freizeit haben und unseren Alltag so. Ja, finde ich blöd. Ich suche mir normale Freunde. Ja, also seit ich in Köln wohne, weiß ich es auch wieder zu schätzen so, klingt jetzt voll dumm, aber so mit meinen Freunden zu sein, die nicht Social Media machen. Weil es ist schon, ich finde schon, dass man einen krassen Kontrast merkt. In Köln wohnen halt super viele Influencer, beziehungsweise meine Influencer-Freunde so. Und es dreht sich schon viel um den Job oder um Partys mit Saufen, das muss ich auch sagen. Also ich habe das Gefühl, die Köln-Bubble besteht aus Feiern. Viel, aber man kann sich da halt auch viel rausziehen. Also habe ich auch gemacht. Ja, ich muss ja gerade, ich versuche mich ja gerade erst mal reinzufinden, deswegen versuche ich gerade erst mal alle Partys mitzunehmen. Ja, okay, ja, true. Auch so zu connecten und zu sagen, hallo, ich bin jetzt hier und bin offen. Sich sehen zu lassen. Ja, also es ist ein bisschen schwierig, aber ich finde auch zum Beispiel gerade auf diesen Partys passieren dann auch viele Missverständnisse und weirde Dinge. Also Drama ist ja auch schon sehr vorprogrammiert, finde ich. Bei mir? Nur mit Boys. Bei mir. Da kann ich dir auch dann gleich nochmal wieder was erzählen, was letztes passiert ist. Bin gespannt. Ja, also irgendwie, es ist schon, es ist einfach ganz anders. Es ist so anders und ich muss, es ist glaube ich ein Prozess, ich werde mich da jetzt reinfuchsen. Ja. In das Socialize hier. Ich würde dir nur mit auf den Weg geben, eine Sache, die ich dir sowieso schon versuche, die ganze Zeit auf den Weg zu geben, dass ich, dass mir wichtig wäre, dass du einfach mehr guckst, was dich wirklich glücklich macht. Mhm. Und was dich gut anfühlt und auf Bauchgefühl hören. Ja. Und für dich einstehen. Ja. Und dass du nicht da reinrutscht, dass du dich gezwungen fühlst, in Köln zu connecten. Ach Quatsch. Mit allen zu sein. Und so viele wie möglich, weil es geht manchmal halt gar nicht um die Frequenz. Ach überhaupt. Nee, also das ist bei mir auch gar nicht so. Also das habe ich zum Glück schon so verinnerlicht, aber generell trotzdem irgendwie mit den Leuten halt zu sein und mir dafür Zeit freizuschoffeln, mit denen ich auch sein will oder zu gucken, ob es weib, weil genau das, was du gesagt hast, ich finde natürlich magst du eine Person, aber es ist was anderes, ob sie zum Essen gehen ist oder zum Chillen. Ja. Und ich will eigentlich gefühlt nur noch so Leute in meinem Kreis am liebsten haben, mit denen ich auch chillen kann. Ja. Also weißt du, mit denen man einfach sein kann und sich keinen Stress macht und nicht so denkt, boah, ist die Person jetzt zufrieden damit, wenn wir bei mir Pizza bestellen oder muss es irgendwas Krasses sein? Ja. Nee, ist schon angenehm. Ja, aber das nimmt man dann halt dann deine besten Freunde, ne? Ja, genau. Ja. Ja, das stimmt schon. Aber solche Leute will ich eigentlich nur um mich rum haben. Ja. Ein paar, ein, zwei S&G-Freunde sind auch in Ordnung, so Bekannte, aber. Ja. Aber ich sitze dann halt immer zu Hause und denke mir so, nee, ich könnte jetzt halt auch weiter zu Hause sitzen und einfach mein Stuff machen. Entweder Trash-TV gucken oder Bilder bearbeiten. Genau, das meine ich, du arbeitest dann die ganze Zeit. Das ist halt, wir arbeiten alle irgendwie die ganze Zeit so halb. Und dann denke ich mir, nee, ich mache mir jetzt hier nicht den Stress, jemanden zu suchen, also jemanden extra zu schreiben, was machst du? Sollen wir? Komm auf Instagram, Digga, die hat kein WhatsApp, ich kann nicht mehr. Es ist toll, einfach nur eine App zu haben. Nein. Ich mag jetzt nicht zu viele Apps. Könnt ihr ihr bitte, bitte, bitte sagen, dass sie WhatsApp machen soll? Ich bin die letzten Wochen schon viel auf WhatsApp. Schon mehr als die letzten zwei Jahre. Okay. Ja, dann, wie wär's, wenn ich einfach nur noch mit dir darüber kontaktiere, dann ist es dein Problem. Ach, dann schreiben wir auch nicht weniger als vorher. Warum bin ich eigentlich teilweise gerade so shady zu dir? Ja, ich weiß auch nicht, was ist denn da los? Ich hab gefragt, ob wir den Podcast aufnehmen, ne? Ich will's ja nur mal fürs Protokoll. Ich hab letzte Woche gefragt. Ja, und da hatte ich keine Zeit und jetzt, ne, hab ich, bin aber angekommen, ich hab's nicht einfach runter Tempich gekehrt. Also, das fand ich schon echt süß, dass du gefragt hast. Siehst du? Ich halte nicht mein Wort. Das haben wir jetzt hier auf Band. Das halte ich dir dann irgendwann vor. Okay. Ne, das hat mich überrascht. Das fand ich richtig schön. Toll. Weiter geht's. Sollen wir mal über Dating reden? Ja, okay. Nein, das Speed-Dating, ne, eigentlich hab ich noch mehr Sachen. Aber es ist eigentlich auch wurscht, weil ich stell dir einfach so weiter irgendwelche Fragen, weil es kommen schon Sachen auf. Okay. Ich überleg nur gerade, ob ich dir jetzt Tee erzähle. Ich hab noch Fragen aus der Community. Ich will jetzt erst mal den Tee hören. Und ich hab auch selber Fragen an dich. Du willst erst mal Tee hören? Ja, bitte. Okay. Weil ich den Leuten und dir eine Story erzählen will, was passiert ist. Okay, meine letzte Tee. Also, wir sind ja schon für echt viele Dinge passiert, ne? Weißt du ja selber mittlerweile, wie viel bei mir passiert. Mhm. Ja. Aber du kennst noch nicht viele Storys aus meinem Leben. Warte, bitte. Weil du auch erst seit kurzem immer eine engfreundliche Story bist. Okay, die wissen von einer engfreundliche Story. Ja, ja, ja. Okay, gut. Ich lieb das, wie einfach mehrere im Podcast sagen. Joey war auch schon mal so, wissen die von, also, ich so, ja, ja, die kennen die. Also, wissen davon. Also, ich muss sagen, ich, am Anfang hab ich's nicht verstanden, weil manchmal hat Jen sowas gedroppt und hat gesagt, ja, das ist nur mit meiner engen Freundes-Story. Und ich war immer so, ja, okay, also erstens, danke, dass ich nicht drin bin. Und zweitens, aber nein, ich versteh's schon, weil so close waren wir ja nicht. Aber jetzt, wo ich drin bin, versteh ich auch erstens, dass sie nicht viele, wie viele Leute sind da drin? Ja, weiß ich jetzt grad nicht. Sag mal eine Zahl ungefähr. Ich glaub, das letzte Mal im Podcast hab ich gesagt 25, 30. Okay, aber das geht noch. Joey war auch so, ich dachte viel mehr. Ja, dachte ich auch. Also, oder ich hatte Angst für dich, dass es mehr sind. Ja, ich, ja. Weil, es ist schon mein, also, es ist schon sehr detailliert, sagen wir mal so. Ja. Also, ich pass jetzt aber mittlerweile echt wirklich auf, dass ich keine, also, es gab in der Vergangenheit Probleme mit, wenn Leute die Person kennen. Weil das ist halt, also, ich lerne ja auch Leute kennen und date und flirte mit Menschen in unserer Bubble und in unserem Kreis. Und da muss man dann halt voll aufpassen. Ja, und jetzt, also, ich versuch das eh, also, ich nenn da eh nie Namen. Jeder, über den ich da rede, hat einen Spitznamen. Ich zeige nie wirklich Gesichter. Aber manchmal checkt man halt, um wen es geht, wenn man die Person kennt. Klar. Was ja aber auch völlig in Ordnung ist, weil ich würde den Leuten, das ist halt auch so, also, ne? Ja, das ist mein Gott. Die Hälfte, die Hälfte davon sind Leute aus meiner Heimat, die kennen die Leute hier gar nicht. Ja, ja, voll. Aber ich meine nur, das meinte ich auch schon, da denke ich mir manchmal so, oh. Oh, Entschuldigung, warum? Was meinst du? Meinst du? Es ist halt sehr privat auch so, du, ich habe das Gefühl, du teilst, das ist ja auch das Interessante daran, aber du teilst genau in dem Moment deinen aktuellen Gedanken. Ja. Und der schwingt dann auch oft um. Wie? So, keine Ahnung, hättest du so zwei Tage gehabt und dann hättest du es deiner Freundin erzählt, hättest du es wahrscheinlich anders erzählt, als wenn du genau in dem Moment das dann halt postest, weißt du? Aber es ist lustig, weil... Ja, aber es ist halt wirklich genauso, wie ich es meinen Mädels erzählen würde, weil dafür habe ich das ja gemacht, weil ich bin einfach, ich habe viele Freunde, würde ich sagen. 25 anscheinend. Also zum Beispiel die ganzen Leute aus der Heimat, mit denen habe ich halt so nicht viel Kontakt, aber dadurch kriegen die halt mehr von meinem Leben mit. Ja, das ist schlau. Und gerade halt so meine ganzen Mädels, ich muss halt wirklich ein und dieselbe Story zehnmal erzählen. Und dann kam halt irgendwann dieser Gedanke, oh, ich habe gar keinen Bock, dir das jetzt auch nochmal alles zu erzählen. Oh, dir jetzt auch noch und dir jetzt auch noch. Und dann kam die Idee halt mit der Engelfreund-Story. Ja, vor allem ist es dann ja nicht eine, dann kannst du auch Leute reintun, die sich nicht untereinander kennen. Das ist ja nicht wie eine WhatsApp-Gruppe. Ja. Das macht schon Sinn, ja. Aber es wirkt, ich finde dadurch, dass es bei Instagram ist, wirkt es halt ein bisschen öffentlicher und dann ist das Risiko höher, finde ich, dass Leute das irgendwie, die Infos müssen brauchen. Ja, ich habe aber auch schon, ich habe auch schon mal jemanden rausgenommen, weil ich das Gefühl hatte, passt nicht so und habe auch schon Ansagen. Also es gab mehrere Ansagen in meiner engen Freundes-Story von wegen, Leute, wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt nicht die Schnauze halten, dann sagt es mir bitte und das ist in Ordnung, wir können weiter befreundet sein, aber dann seid ihr hier raus. Ja. Weil ich sage auch immer wieder, ihr seid hier drin, weil ich euch vertraue, weil ich Bock auf euch habe, weil ich euch gern habe und ich der Meinung bin, dass ihr keinen Shit-Talk macht. Ja. Und wenn man es dann missbraucht, so hat man sich mal wagen, ne? Ja, also das ist ja auch gut, weil bei dir ist ja enge Freunde nicht so wie bei allen anderen enge Freunde. Man weiß ja eigentlich, worauf man sich da ein, also wo man da drin ist. Naja, es ist jetzt nicht so, dass man am Anfang eine Anfrage dafür kriegt. Aber es sagen schon echt viele. Bei mir warst du, du hast gesagt, guck mal, ich mache das und das und du kommst da jetzt rein. Also über ich wurde vorgewarnt. Okay. Es fragen mich aber auch echt viele, boah, ich würde auch gerne in eine enge Freunde-Story kommen. Aber woher wissen die denn? Ach so, die wissen dann zum Beispiel vom Podcast. Ja, oder dass ich, also ich erzähle das ja auch voll oft Leuten. Und, also einfach nur, dass es die enge Freunde-Story gibt. Letztens hatte ich auch wieder so eine Situation, ich weiß jetzt gerade nicht mehr wer. Es war jemand, mit dem ich cool bin und befreundet bin und gern bin und ich mag die Person. Aber wir sind jetzt nicht so close und die Person, und ich erzähle dann halt irgendwie von wegen ja und da packe ich dann immer so den T rein und dann so, ja, also ich würde mich dann natürlich auch freuen, wenn ich da drinne wäre. Und ich war so, ja, aber, also ich kann ja jeden einfach da reinpacken. Ja, ich glaube, das ist so schwierig. Ich würde es dann, glaube ich, gar nicht so erwähnen bei Leuten, die ich nicht reintun will. Dann würde ich es, glaube ich, gar nicht ansprechen. Weil dann ist ja auch irgendwie ein komisches Statement, wenn du die nicht reintunst. Also weißt du, schnell vor, komm, schnell vor, du bist dein Arbeitskollege, okay? Und mit dem bist du immer und du willst eigentlich auch dann gut mit dem bleiben und dann erzählst du so von deiner engen Freundes-Story und sagst du, das ist ja schon ein Statement. Sorry, ich bin ein authentischer Mensch. Ja, aber es ist schwierig. Oder zum Beispiel, ich war diesen Sommer bei einem Job. Ja. Und ich habe mit den Menschen echt gut gebondet. Das waren alles Agenturleute. Also wir waren so im Urlaub, also so auf einer Reise und ich mochte die Menschen mega. Alter, voll. Ich habe die alle so richtig, also nicht alle vielleicht, aber voll viele richtig krass ins Herz geschlossen. Und dann haben wir halt auch voll viel über Dating oder über Podcasts und sonst was alles als geredet. Und dann war halt so, dass die so in der Runde halt dann so manche gesagt haben, ja, wir würden auch gerne dann in die enge Freundes-Story kommen. So mehrere Leute direkt auch und so. Ja, so ein, zwei. Und ich war halt so, ist auch manchmal ein bisschen Delulu, wer dann denkt, wer in die enge Freundes-Story kommt. Aber nicht, weil ich die nicht mag, sondern weil es halt wirklich nur... Vielleicht fühlen die sich aber auch eingeladen dadurch, weißt du, dadurch, dass du davon sprichst. Nee, man hat einfach Bock darauf, sowas auch mitzubekommen. Aber dafür habe ich ja den Podcast gemacht. Damit ihr die Storys auch mitbekommt. Ja, das kannst du dir noch einfach halt einfach sagen. Nur nicht so spicy, aber... Ja. Okay. Und zwar die Story, die ich erzählen wollte. Okay, aber... Ich war bei einem Event in einem Club und habe einen Typen kennengelernt, den ich noch nicht kannte. Nee. Okay. Und ich habe dann einen Typen kennengelernt, den ich noch nicht kannte. Der war ein Kumpel von einem Streamer oder so. Ich habe mich gut mit dem verstanden. Der Vibe hat sehr gut gepasst. Da war irgendwie so eine Attraction. War funny. Der war aber schon gut angetrunken, was ich nicht so attraktiv finde. Und ich war dann so eher so, ja, trinke ich hier nochmal Wasser. Dann hat er sich Wasser geholt. Und wir waren schon die ganze Zeit dann miteinander, also eine Stunde, vielleicht sogar zwei. Man hat so ein schwieriges Zeitgefühl beim Feiern. Und es war schon so, dass ich den so ein bisschen lowkey halten musste, weil da sind halt viele andere in unserer Bubble gewesen. Und ich bin jetzt nicht so, dass ich auf einer Party mit jemandem, ich will jetzt nicht so direkt mit jemandem, den ich da gerade kennenlerne, so close, einen auf kappelig mäßig machen oder so sau touchy. Und jeder kriegt das mit. So, das muss ja jetzt nicht sein. Und deswegen, der war schon immer so arm um mich legen und schon so auf mein Girl, also so sehr close war der. Oha, ich will wissen wer. Kenn ich den? Nein, das war wie gesagt einfach nur ein Kumpel von jemandem. Kenn ich den jemanden? Ist nicht in unserer Bubble, weil es halt ein Streamer ist. Okay, kein Plan. Den Streamer kenne ich halt auch. Also ich habe den vor fünf Jahren mal kennengelernt, seitdem nie wieder gesehen, aber wir wissen von andern und so, haben uns gefreut, dass wir uns wieder gesehen haben. Und dann sind der Chip und ich, irgendwann wollte ich mal so mehr aus dieser Menschenmenge weg und dachte so, okay, da können wir ein bisschen spicy ja vielleicht miteinander tanzen. Und dann saß der Streamer mit einer anderen Freundin von mir da oder Freundin Bekannte und dann war es so, ach nee, ihr beide. Und er war so, ach nee, ihr beide. Und dann war es aber echt funny, weil die beiden haben sich gerade kennengelernt da und wir haben uns gerade kennengelernt. Und das war dann schon funny und wir waren dann auch so ein bisschen zu viert unterwegs und sind was trinken gegangen. Und der Streamer meinte auch so, guckt uns an und meint so, oh, ihr passt irgendwie schon ganz gut so. Und es war funny, war cool und es hat sich gut angefühlt. Ja, dann meinte ich, ich gehe kurz Hände waschen und er meinte, ah, dann geht er auch kurz auf Toilette. Und dann sind wir zu den Klos gegangen und ich war schneller. Und dann bin ich wieder raus und habe gewartet. Und da waren dann auch gerade andere Freunde von mir und ich stand dann nicht direkt vor dem Klos, sondern ein bisschen weiter weg, aber so, dass ich das halt beobachten kann, wenn er wieder rauskommt. Und habe bei meinen Freunden getanzt und dann habe ich irgendwie gesehen, dass er da schon wieder an der Ecke steht, aber hat sich mit jemandem unterhalten, aber die Person konnte ich um die Ecke nicht sehen. Okay. Dann kommt er da vom Klo wieder zum Girl. Oh nein. Hä, warte mal, war uns mit dem Mädchen ein Jungklo getrennt? Ja, zwei Türen nebeneinander, aber man hat so weiter davon weg gewartet. Und, ähm, also die haben sich literally vor der Tür, also vor diesen zwei Türen getroffen, unterhalten. Und dann kommt er so von dem Klo wieder. Mit ihr so im Arm. Und geht mit ihr zur Bar. Hä? Und ist einfach, hat er da stehen gelassen? Ja, also das war wirklich, also ich stand, das war wie so ein Dreieck, also es war alles sehr nah beieinander. Also die Bar war direkt auch vor dem Klo. Und, okay, warte, das klingt ein bisschen komisch, aber die waren nicht weit weg voneinander, sodass ich halt, ich stand so im Dreieck, konnte aufs Klo gucken und stand neben der Bar mäßig, aber halt mit jeweils zwei Metern Abstand. Aber ihr wusste doch, dass ihr euch danach wieder trefft nach dem Klo eigentlich, oder nicht? Also ich wusste das. Ich stand da und habe gewartet und dann dachte ich mir so, hä, geht der jetzt mit dem Mädel zur Bar? Hat er sich dann nach wenigstens nochmal umgedreht oder so? Ja, ich bin dann, ich bin dann halt zu ihm gegangen und habe den nochmal so angesprochen. Was hast du gesagt? Ich meine, ich weiß es nicht mehr, ich habe irgendwas gesagt von wegen, ich warte, boah, ich habe jetzt voll, ich warte hier auf dich oder sowas, oder gehst du jetzt was trinken? Oder irgendwas habe ich gesagt, der hat nicht richtig darauf reagiert. Also der, aber ich habe mich bemerkbar gemacht. Ja, ja. Von wegen, ich stehe hier noch. Ja, ja, safe. Aber ja, nee. Dann hat er, dann ist er an der Bar gewesen und hat mit ihr was getrunken. Ich habe dann noch so bei meinen Freunden gewartet, um zu gucken, ja, vielleicht kennen die, sie haben kurz, wollten nur kurz einen Trick, keine Ahnung. Aber, nee, so länger ich das beobachtet habe, war ich so, alles klar, ich wurde ausgetauscht. Wer dann auch so seine Hand dann um ihre Hüfte gepackt hat und so und ich so, alles klar, okay, ich gehe. Und dann, oh Gott. Und dann war ich so, hä, was ist denn jetzt passiert? Ach man. Und dann stand, war der den ganzen Abend nur noch mit der. Und stand dann auch da, wo wir vorher standen, bin ich mehrmals an denen vorbeigelaufen, die machen rum und alles. Und ich dachte mir so, das passt hier doch gerade nicht wirklich. Ich habe ja echt schon vieles erlebt. Aber, dass ich so eine Stunde die ganze Zeit mit einem Typen bin, den ich gerade so neu kenn, also da im Club kennengelernt habe, okay, er war echt betrunken. Vielleicht hat er gedacht, du bist sie. Die war blond. Okay. Also man hat schon einen krassen Unterschied gemerkt. Ach man, ey. Aber man sagt, ey, jetzt traue ich nicht mehr Männern, die auf Klo gehen. Ja, also vor allem, das ist ja wirklich, davor war alles noch perfekt und dann passiert das und dann geht, dann, ich verstehe es auch nicht. Oh Gott, hast du dich nicht voll scheiße dann gefühlt? Ja. Ach man. Also es war dann schon, vor allem, der muss doch wenigstens sich verabschieden oder so und sagen, ey, hier ist mein Crush oder wer auch immer, ja keine Ahnung. Es war irgendein Girl, was er da in dem Moment kennengelernt hat. Meinst du, dass sie sich nicht vorher kannten? Ja, weil ich habe die vorher auch schon da im Club gesehen, weil ihr Bruder angeblich versucht hat, mich zu klären und der Bruder hat sie mir vorgestellt und ich habe den Bruder abblitzen lassen, weil ich zu dem anderen Typen so zurück wollte. Ich bin einfach so im Schock, vielleicht haben die zwei uns aber beobachtet und weil er mich ja irgendwie klären wollte, haben die dann so einen Komplott gemacht von wegen, ich setze jetzt meine Schwester auf den Typen an, damit ich von dem Typen loskomme. Oh Gott, aber dann hat er so seine Schwester so, mach mal mit dem Typen rum, so richtig geopfert. Ich glaube, das rummachen war dann irgendwann später freiwillig. Ich habe den Typen, also den Bruder war auch nirgends wo mehr gesehen. Aber ja, ich war dann schon ein bisschen abgefuckt und bin dann so zurück zu dem Streamer und der Freundin von mir. Und ich meine so, was ist dein Kollege denn für ein Idiot? Ja, also wirklich. Er so, hä, warum? Und ich meine, ich so, ja, der hat mich einfach ausgetauscht mit so einer Blautine. Ich verstehe das an Typen nicht. Ich sage ehrlich, ich verstehe es nicht, weil ich, ich kenne das noch so, wo ich auch noch im Datingleben war, aber es ist schon echt lange her, also es war noch Frau Marcel. So, da hatte ich auch solche Situationen und ich konnte das manchmal einfach nicht begreifen. Also ich hatte es nicht so auf dem Level, aber so zum Beispiel, ich habe was mit dem Typen mehrmals gehabt, so. Wir hatten so Dates, er hat mich so von der Arbeit abgeholt. Dann lädt er mich zu seinem Geburtstag ein. Ja. Ich gebe ihm das, ich habe mir voll Mühe gegeben mit seinem Geschenk und so eine Tigger. Ich gebe ihm das. Er sagt noch so voll eine Danke so am Eingang. Er guckt mich einfach die ganze Party mit dem Arsch an und macht mit einem anderen Mädchen da rum auf der Party. Ich weiß, das kann einfach nicht wahr sein. Dann habe ich ihm eine Ansage gemacht. Oh mein Gott. Dann habe ich ihn ein paar Tage später so gefragt. Aber war das so was Lockeres oder war das Kennenlernen auf Ernst? Kein Plan. Ich war noch nicht mal 20, aber ich, und ich konnte das nicht so gut, also für mich war es immer direkt ernst. Also ich bin eigentlich nicht so jemand, der so auf Locker, ich kann das nicht. Also wenn ich mit jemandem mich date, dann denke ich mir immer schon was dabei eigentlich. Okay. Aber für den war es anscheinend locker, weil dann habe ich den so gefragt und wann sehen wir uns wieder so, nachdem er mich eine Woche nicht beachtet hat. Und dann sagt er so, gar nicht mehr, habe jetzt eine Freundin, xD. Ich so. Warte, stopp, da warst du so 19 oder so. Ja. Das klingt wie das, was ich mit 13 mit jemandem geschrieben habe. Ja genau, es war halt, was meinst du, beleihst du gerade mich oder den? Den er. Ja, also es war einfach, er hat nicht mit mir kommuniziert. Also diese Situation klingt halt so kindisch und unerwachsen. Genau. Und mit 19 habe ich schon, glaube ich, nicht solche Situation. Ich war halt sehr unerfahren beim Dating generell, weil ich war immer in einer Beziehung und dann wieder in einer Beziehung und dann, ich habe auch so in deiner Teenie-Zeit. Ja, ich war seit ich 14 war in einer Beziehung. Krass. Drei Jahre. Oh, krass. Und dann direkt in die nächste Beziehung. Echt? Also es war vielleicht so einen halben Monat Pause. Das wollte ich dich sowieso fragen, ob du mal so deine wilde Auslebphase hattest. Ich hatte das so zwei, drei Monate. Und da hast du dann alles mitgenommen? Da habe ich alles mitgenommen, was ging. Ja. Aber ich habe gemerkt, dass mir das nicht, also mir hat das gar nicht gefallen. Also weil entweder, wenn ich mich auf jemanden eingelassen habe, habe ich mir dabei was gedacht, hatte Feelings. Oder ich habe mich todesgeekelt, weil ich ihn zu nah an mich herangelassen habe. es war, weißt du so, ich hatte halt so ein paar Dates, da hat mir ein Typ direkt Herz gebrochen. Dann hat sich ein Typ in mich verliebt, wo ich, mit dem ich eigentlich nur so, ich habe ihn nicht ausgenutzt, aber ich dachte so, ja okay, vielleicht kannst du das werden, er ist voll nett zu mir, aber ich habe ihn halt gar nicht gefühlt. Und dann habe ich mich auf einmal ein bisschen. Du bist du ihm bekannt vor? Ja, mir auch. Und dann habe ich, ich wollte ihn nicht ausnutzen, deswegen habe ich das dann geblockt und er war todesheartbroken und so. Und ich habe mich auch ein bisschen geekelt, weil ich halt einmal ihn so nah an mich herangelassen habe, sagen wir mal so. Ohne, dass du es richtig gefühlt hast. Ich habe es gar nicht gefühlt und es war einfach nur ein bisschen im Suff so mäßig. Und dann war, für ihn war es dann, wuh, und für mich war es so, oh Gott, oh Gott, und das war wirklich ganz das Schlimme und es hat mir echt leid getan, weil ich ihn sehr, sehr mochte als Mensch. Und dann gab es halt noch so zwei, drei Mal, da war ich dann einfach komplett, weil ich so heartbroken war von dem einen Typen, so, dass ich komplett durchgedreht bin, also gab, also ja, so mit drei Typen an einem Abend rumgemacht im Club und so, oder so, ach, es war wirklich schrecklich. Es war, also ich fand es schrecklich, Gott, bitte geht dafür, wenn ihr das mögt und so macht, aber ich, es war gar nichts für mich, weil eigentlich habe ich mich nur noch Liebe gesehnt. Das tun wir doch eigentlich alle. Ja, aber ich habe mich halt immer so verurteilt irgendwie, ich kann es nicht beschreiben, dass du das gemacht hast? Nicht wirklich, aber dafür, dass du Liebe wolltest, oder? Nee, dass ich, also irgendwie haben sich meistens die Typen an mich verliebt und dann war es so, ich habe so viele Leute verletzt irgendwie, habe ich das Gefühl gehabt. Irgendwie schon, also ich, ich habe keine Ahnung. Hast du das Gefühl, wenn du jetzt so dein Leben betrachtest, hast du mehr Menschen das jetzt gebrochen oder mehr Menschen dir? Boah, also es ist wahrscheinlich ausgeglichen. Ja? Also ich habe echt, ich habe jetzt nicht viele Leute das Herz gebrochen. Ja, in Anführungsstrichen. Die Jungs waren halt sauer, wenn ich dann am nächsten Tag gesagt habe, ey, das war nicht so. Ich habe, ich finde irgendwie körperliche Nähe so krass intim und ich finde, man tauscht so voll die Energien aus und ich fand es einfach schrecklich. Und ich bin auch niemand, ich sage ehrlich, ich könnte niemals bei einem Typen übernachten und nicht mit ihm rummachen. Das ist halt das Problem an der Sache und dann habe ich mich geekelt. Aber weil du einfach so dieses Gefühl hattest, okay, weil du jetzt da bist, muss jetzt was passieren. Okay, aber warte, ich war immer betrunken und dann kann ich diese Grenze nicht ziehen. Konntest. Konntest. Konnte. In deiner Teenie-Zeit. Und ich war 19. Ja, genau. Also, ja, es war eine explosive Zeit. Deswegen Leute, ihr solltet echt aufpassen mit Alkohol, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr übertrieben, dass ihr euch dann weniger kontrollieren könnt und euch mehr auf Sachen einlasst, die ihr dann vielleicht gar nicht fühlt, dann solltet ihr wirklich Finger von Alkohol lassen. Voll. Weil zum Beispiel, ich bin jemand, ich habe meinen Alkoholkonsum komplett unter Kontrolle. Ich bin nie richtig Hacke und ich weiß immer komplett, was ich tue und habe da noch nie irgendwas bereut und bin mir dann halt auch bewusst darüber, worauf ich mich gerade einlasse. Das ist wirklich sehr gut. Und dann kann man auch Alkohol konsumieren. Ja, genau. Also so, weil wenn das funktioniert. Aber wenn ihr das Gefühl habt, ihr kommt in Situationen, wo ihr euch am nächsten Tag vielleicht eklig fühlt oder nicht gut fühlt, dann bitte lasst einfach die Finger mehr davon. Wir wollen hier ein bisschen Bildung in Auftrag mitgeben. Ja, das ist super. Weil guck mal, wir erleben Sachen und wir sind auch irgendwie ein bisschen dann dafür da, dass wir vielleicht jungen Leuten, die zuhören, was davon mitgeben aus unseren Learnings. Es ist halt wirklich krass, weil es hat sich in meinem Kopf schon sowas eingebrannt. Also wirklich, weil ich habe schon sehr früh angefangen, Alkohol zu trinken und es waren wirklich immer, ich habe mich meistens immer, mein Ex-Freund damals war so drei Jahre älter als ich, anderer Jahrgang, es war wirklich eine extrem toxische Beziehung, der hat mich betrogen und sowas. Und dann ... Das war der von 14. Ja, genau. Und er war ein netter Kerl und so, aber wir waren einfach zu jung und er stand auch auf seine beste Freundin. Das war, glaube ich, das Hauptproblem. Die sind jetzt übrigens zusammen, liebe Grüße. Das Leid hatte seinen Sinn. Aber das war so richtig so, ich habe es die ganze Zeit gespürt, dass die was voneinander wollen, aber er mochte uns halt einfach beide, glaube ich. Und sowas kann ja sein. Deswegen im Nachhinein, aber es hat mich komplett gefickt, weil ich war immer so, ich spüre das doch und er hat immer gesagt, nein, und dann war es doch so und keine Ahnung, was wollte ich jetzt eigentlich gerade sagen? Irgendwas mit Alkohol. Ach so, genau. Ich habe dann immer so meine Sorgen weggetrunken, also wirklich richtig dumm. Ich wollte nicht drüber nachdenken und habe mich immer richtig besoffen. Ich habe eigentlich jedes Mal gekotzt und so. Ich habe es aber, klingt jetzt richtig krank, aber es war irgendwie Standard bei uns in der Schule. Also jeder von uns hatte immer einen Absturz und es war wirklich richtig schlimm. Das muss bei euch nicht Standard sein. Nein, wirklich, ich finde es krass, weil es war einfach normal. Das ist Berlin. Das ist Berlin. Nee, also es war wirklich krank und wirklich so, dass Leute auch ins Krankenhaus gekommen sind. Entschuldigung, also ich hatte irgendwie eine andere Jugend und ich war auf dem Dorf so, hä? Ist es nicht eher andersrum? Ich kann so eine lustige Geschichte erzählen, sag ich mal. Ja, mach. Aber es geht eigentlich nicht um mich. Warte, ich will erst mal kurz sagen, auf jeden Fall hat sich in meinem Kopf eingebrannt, dass irgendwie ich immer, weil ich habe dann meistens immer trotzdem geheult. Ich habe mich halt so hart besoffen, dass die Emotion dann doch krass wurde und dann habe ich geheult und ich hatte immer, damals hatte man noch kein Datenvolumen und Internet, so man hat SMS geschrieben und dann hatte ich aber immer nur all die Talk 10 Euro aufgeladen und habe so viele SMS, man hatte so Zeichen, man konnte nur so 150 Zeichen schicken. Oh, diese Zeit. Digga, und ich habe dann einfach immer von den Flatrates von meinen Freunden dann meinem Ex-Freund geschrieben und so. Ach so, immer wenn du getrunken hast und hast geheult und hast deinem Ex geschrieben. Ja, aber von allen Handys, die da um mich rum waren. Aber halt so richtig so, dass ich es aber auch am nächsten Tag bereut habe, weil ich dann im Sofa auch geschrieben habe, so, fick dich und so was. Weißt du, so. Und deswegen, es hat sich, weil es schon so früh so war und eigentlich immer so war und bei uns allen so war, es war einfach ein Ding, jeder ist durchgedreht, wenn er getrunken hat. Das ist nicht cool. Ja, aber ich wache heutzutage manchmal noch auf, obwohl ich absolut gar nicht mehr so bin eigentlich. Ich wache auf und habe ein schlechtes Gewissen. Nach dem Trinken, wenn ich weiß, ich habe getrunken, habe ich morgens ein schlechtes Gewissen immer. Weil du Angst hast, dass du irgendwas gemacht hast. Todes. Jamie und ich, wir liegen immer so da, weil Jamie hat das auch ein bisschen. Oh mein Gott, ich stehe mir gerade vor, warte, ich will raten. Liegt da, Sonny, ja, was haben wir gestern gemacht? Jedes Mal. Haben wir irgendeine Scheiße gemacht? Ja, wir waren so, er so, nein, ich habe aufgepasst, du hast nichts gemacht, du hast nichts gesagt und so. Ich so, ja, du auch nicht und so, weil wir beide irgendwie so ein bisschen so sind, aber ich verliere auch wirklich hardcore die Hemmungen, das muss man schon sagen, ich bin zu offen zu Leuten, ich erzähle viel zu viel von meinem Leben und so und das sind halt die Dinge, die ich jetzt mittlerweile bereue. Ja, ich halt nicht so, also außer bei den richtigen Leuten. Ja. Ja. Das war so witzig, letztens habe ich irgendwie, als ich hier war, gesagt, ja, ich bin halt kein Fan von Leuten, die übermäßig trinken und ich habe auch keine Freunde, die sich krass betrinken, weil ich finde das voll schlimm und nicht cool und ich will mit solchen Leuten nicht wirklich befreundet sein und Sonny so, hm. Also ich mache das schon manchmal ganz gerne, aber in Maßen, also. Also es gab auch eine Zeit, wo du so Content gemacht hast mit bestimmten Menschen in deinem Umfeld, wo es dann deutlich hochfrequentierter war und es da oft auch einfach in Videos erzählt wird, generell von diesen Menschen, ja da schon wieder getrunken und da schon wieder getrunken und da Absturz und ich liebe, dass du in deinen Vlogs so ehrlich bist. Ich liebe das. Aber ich finde es trotzdem manchmal dann halt kritisch, wenn es halt eine Vorbildfunktion. Genau. Und dann finde ich es halt manchmal so schwierig, dass man, wenn man irgendwie Creator verfolgt, dass so normal mit so hohem Konsum umgegangen wird und man halt so viel erzählt, ja da haben wir schon wieder Abschurz und ich habe dann wieder gekotzt und das ist halt so, wird den Zuschauern als normal suggeriert. Ja, ich fühle das, also ich hinterfrage das auch oft und ich würde es jetzt auch nicht immer unbedingt vloggen. Ich finde mal, das ist ganz lustig, so man kann ruhig mal, also ich finde mal, das ist okay, so ne, so weil ich glaube, es machen auch alle, aber ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass wenn man halt mit sowas aufgewachsen ist, so wie bei mir, bei mir war alles so komplett normal, so zu eskalieren und kein Plan, aber ich glaube, heutzutage vor allem geht es auch wieder voll zurück und ich finde die Entwicklung auch richtig gut. Also ich glaube, es ist gar nicht mehr so ein krasses Ding, dass so krass viel Alkohol getrunken wird und so, glaube ich, bei so den Jugendlichen. Bei den Jugendlichen. Oder? Kann ich voll gar nicht einschätzen. Ich habe halt keinen Jugendlichen richtig zu tun. Aber auf jeden Fall, ich glaube, dass, also deswegen denke ich manchmal so, ich habe irgendwie das Gefühl, aber ich weiß nicht, vielleicht thematisieren es einfach auch viele Leute nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich eine Vorbildfunktion bin und deswegen versuche ich es auch ein bisschen einzudecken, aber manchmal finde ich es auch lustig, eine Suffstory zu erzählen. Ja, es ist halt auch manchmal witzig. Man darf halt nicht übertreiben. Man muss halt einfach nur gucken, dass man nicht so sich in so eine Position stellt, von wegen, Leute, wir haben wieder gesoffen, aha, Absturz und ich lag auf dem Klo und habe dann gepennt und nächste Woche wieder und nächste Woche wieder. Also vor allem die Abstürze dürfen nicht so normalisiert werden, finde ich. Genau. Ich finde auch betrunkene Storys lustig genug und ich bin auch, ich zeige auch, wenn ich trinke, ich zeige auch, wenn ich irgendwie angetrunken bin. Ich bin ja jetzt nicht so von wegen, das darf man nicht sehen. Ich habe auch Freunde, die sagen, sie möchten in keinen von unseren Storys mit Alkohol gesehen werden. Ja, ich war letztens auf dem Geburtstag und habe ich so in die Runde gefilmt und da hat eine Person zu mir gesagt, das darf ich nicht posten, weil sie nicht beim Trinken gesehen werden wird. Ja, das finde ich dann auch wieder schwierig. Ich kann es irgendwie verstehen, weil man will brand, also brand safe sein. Das ist manchmal ein bisschen anstrengend. Ich so, wir stoßen mit Sekt an, dürfen wir das, darfst du dabei sein? Ja, ich verstehe es schon, wenn es so Prinzipien sind und die eine sehr gute Vorbildfunktion sein wollen, finde ich es eigentlich in Ordnung. Ja. Aber es ist ja auf eine Weise auch ein bisschen schummeln, also lügen so ein bisschen. Ich finde, das ist eine Gratwarnung, das ist so eine Sache, da kann man, da gibt es kein richtig oder falsch. Man sollte einfach nicht übertreiben. Ich suche einfach diesen Mittelweg. Ja, genau. Also ich zeige, ich trinke Alkohol. Sagen wir so, nachdem wir hier gerade über Saufen reden die ganze Zeit. Nee, aber guck mal, ich hinterfrage ja kritisch, was du mir erzählst. Ja. Und dadurch finde ich, ist es in Ordnung, das zu thematisieren. Weil es ja nicht darum geht, wie funny das Saufen ist und der Absturz. Sondern du erzählst ja gerade, wie kritisch du das selber fühlst. Genau, und dass ich auch am nächsten Tag mit einem schlechten Gewissen aufwache und mir so denke, fuck und so. Das ist doch scheiße. Und vor allem, in meiner Yolo-Phase habe ich es halt noch tausendmal mehr bereut, weil ich einfach nicht nachgedacht habe dann. Man denkt einfach weniger nach. Man macht zwar Dinge, die so in seinem Kopf sind wahrscheinlich, aber man denkt einfach nicht über die Konsequenzen nach und man denkt nicht, man ist einfach viel mehr so, Yolo. Ja, safe. Aber das habe ich halt auch. Und eine Sache, die mir auch voll aufgefallen ist, ich habe früher manchmal so, keine Ahnung, auf dem Rückweg betrunken, mir irgendwie Pizza bestellt, habe es dann vergessen, bin eingeschlafen, also so. Und dann bin ich aufgewacht und das Essen lag so vor meiner Haustür. Oh mein Gott, was? Und das habe ich voll oft gepostet in meiner Story. Na, aber wenigstens. Echt? Ja. Und dann habe ich letztens mal gepostet. Das ist schon witzig, aber es auch, genau, es zeigt halt schon, wie lost man ist. Genau, übertrieben. Ich finde, das ist zu viel, aber das habe ich jetzt erst gecheckt. Also, ich fand es da immer lustig, ich habe es immer gepostet, habe voll viele Storys darüber gemacht. Oh mein Gott, ich erinnere mich nicht daran und so. Weißt du, das ist ja dann auch schon eigentlich ein Absturz und das ist einfach, das ist nicht so cool. Und das habe ich jetzt voll eingesehen und ich habe letztens nämlich mal so eine Story gemacht, wo ich so meinte, wenn du es nicht mehr schaffst, dich abzuschminken, oder nee, ich bin stolz darauf, dass ich es gestern noch geschafft habe, in meinem Zustand, mich abzuschminken. Ja, aber das sagen noch viele. Genau, das ist so eine Aussage. Okay, aber ich habe voll viel, nicht Hate, aber so Kritik dafür bekommen. So mäßig so, also es hat mich voll zum Nachdenken gebracht, weil es stimmt. Ja, ich finde es auch, deswegen sage ich halt, ich feiere das auch nicht ohne Social Media, wenn mir meine Freunde erzählen, wie wasted die sind. Übel. Boah, weil es ist nichts Cooles, daran einen Abschluss zu haben. Es ist nichts Cooles, einen Blackout zu haben. Wozu hast du dann einen schönen Abend, wenn du es am nächsten Tag nicht mehr weißt? Genau, ich finde es manchmal auch total schade. Ist es auch, deswegen bin ich froh, dass ich das noch nie hatte, weil um Gottes Willen, ich will mich daran erinnern, dass ich, es ist ja, es geht ja da um Quality Time, um eine gute Zeit, um Freizeit. Und wenn ich mich dann nicht mehr daran erinnere, was ich Schönes gemacht habe, dann brauche ich es doch gar nicht erst machen. Voll, also, also ich weiß noch ganz am Anfang, Jamie und ich waren öfter so auf Partys, so als wir uns kennengelernt haben. Und ich habe auch von manchen Partys einen halben Filmriss und das ist so schade, weil das ist unsere Kennenlernphase, aber weißt du, was ich meine? Ich hatte noch nie betrunken Sex. Nein? Nein. Da sind sehr viele immer sehr überrascht von. Aber es ist sehr, sehr gut. Also, mit einem Boyfriend ist es in Ordnung, aber so. Deswegen, meine schlimmsten One-Night-Stands sind besoffen gewesen. Es wurde mir schon in der Vergangenheit so oft gesagt, weil ich so Probleme damit habe, mich fallen zu lassen und den Kopf auszuschalten. Dass du solltest. Ja, dass dann so der Tipp ist, du solltest mal versuchen, was zu trinken, dann fällt es dir leichter. Okay, aber nur, wenn du es halt auch willst. Ja, für Gottes Willen. Oft passiert es halt, weil man trinkt. Nee, würde bei mir nicht passieren. Aber eher andersrum. So von wegen, okay, mal ein bisschen angeschwippert sein. Ja, okay, dann ist es vielleicht ein bisschen weniger nachzudenken. Aber nur, wenn man die Kontrolle über sich behält, wenn man angeschwippst ist. Ja, halt so ein Sekt so und dann ist man so, hui, zwei Sektchen. Eine Body. Eine ganze? Nee, aber also, keine Ahnung, ich finde nicht, also ich finde auch so, vor allem das erste Mal mit einer Person sollte eigentlich schon nüchtern passieren. so. Ja, boah, ich hatte auch Freunde, wie war das? Eine Freundin, früher als ich in der WG gewohnt habe, die hatte noch nie nüchtern Sex. Also die war das komplette Gegenteil von mir in jeglicher Hinsicht. Krass. Und sie, das ist krass. wir haben viel über Sex geredet und die hatte noch nie nüchtern Sex und ich fand es ganz schlimm. Ja, also das finde ich auch, das ist, das ist heftig. Das ist sehr heftig. Es tat mir wirklich leid, weil das ist schade und das sollte nicht so sein. Das heißt, es kommt bei ihr halt auch nur dazu, so nach dem Feiern oder so. Ja, weil die aber auch kein emotionaler Gefühlsmensch war, sondern, ja, dann eher anders. Das Ding ist, ich glaube halt, dass wenn man zum Beispiel ein sehr zurückhaltender Mensch ist, dann fällt es einem wahrscheinlich manchmal leichter, weil man irgendwie so die Hemmungen verliert und nicht so viel nachdenkt, weil manchmal denkt man sich alles ja auch viel zu kaputt und kann dann irgendwie nicht locker sein und so. Das kann ich mir schon vorstellen, aber zum Beispiel, man hat, also bei dir zum Beispiel, du hast es ja gar nicht so, du kannst ja mit Leuten gut reden. Ja, ich bin ja gar kein zurückhaltender Mensch, aber kann mein Kopf dann trotzdem nicht ausschalten. Genau, ja, genau, ja, okay. Aber ich glaube, wenn du dazu noch zurückhaltend bist und so, dann kommt man sich so übertrieben in die Quere, glaube ich. aber ich glaube, wenn du einmal damit anfängst, nur mit Leuten zu schlafen, angetrunken, dann machst du das immer und du rutschst da, glaube ich, schnell rein, da hast du das Gefühl, dass du brauchst es und denkst, also du bist sonst nicht locker genug. Ja, ich glaube, man muss sich ein bisschen besser kennenlernen, wenn man das als Schema hat oder nicht. Ja, ja, wenn ihr das Gefühl habt, also wenn es bei euch so ist, ihr braucht Alkohol, um mit jemandem zu schlafen, dann solltet ihr einfach mal die Strategie ändern und nur noch mit Menschen schlafen, die ihr vielleicht schon ein bisschen besser kennenlernt, weil vielleicht ist es einfach nichts für euch, mit unbekannten Menschen zu schlafen und, ähm, sondern nur mit Menschen, mit denen ihr euch wirklich wohl fühlt, bei denen ihr keinen Alkohol braucht. Ja, genau. Denkt mal drüber nach. Ja, ja, übel. Ich meine, ich habe auch früher, also als ich so jünger war, da auf ein Date, bevor ich auf ein Date gegangen bin, habe ich manchmal was getrunken. Einfach um lockerer zu sein? Ja, und das ist doch irgendwie, ich finde dann, schade, ich glaube, das machen echt viele, auch viele Erwachsene, also das wird, glaube ich, auch oft in Filmen und sowas dargestellt, dass man so, ich bin nervös, ich bin nervös, schnell noch ein, noch so ein kleiner Flachmann, ja, irgendwas kurz trinken, dann bin ich lockerer. Was ich krass finde, weil, also bei mir durch kurzen, das bringt nichts. Das bringt nichts. Also mach bei mir. Vor allem, wenn du auch so aufgeregt bist, so dann merkst du es erst recht nicht, also dann, wenn du es aus Aufregung nimmst und dann lockerer zu werden, dann spürst du das gar nicht so, also dann, und vor allem, wenn der Typ nüchtern ist und du kommst dann da so angeschwipst an, das würde der ja merken, also, weißt du, man spürt doch, wenn eine Person ein bisschen angetrunken ist. Weiß ich nicht. Außer man kennt sich halt gar nicht. Aber dann bist du beim nächsten Treffen nüchtern und bist ganz anders. Das ist irgendwie weird. Ich bin sowieso bei den zweiten Treffen meistens ganz anders. Ja? Und die Leute, die Typen fragen, Mit Absicht oder? Nein. Die Typen fragen mich dann immer so, hä, du bist so ruhig. Oh. Und dann, das ist so, wie ich heute zu dir gekommen bin. Mhm. Ich bin einfach dann manchmal ruhig. Und dann lernst du mich halt am Anfang gar nicht so kennen und denkst, ich bin so die aufgedrehte Nudel und dann bin ich beim zweiten Treffen so viel ruhiger und dann sind die so, hä? Aber ist halt dann manchmal einfach so. Und was kommt besser an? Wie, was kommt besser an? Also, und kriegst du da so Feedback? Ich kriege immer Feedback, weil ich rede immer. Ich weiß nicht, es ist bei mir so ein Ding. Jetzt auch der letzte Typ, der meinte so, boah, das ist schon speziell, dich kennenzulernen. Ich hab noch nie so viel mit jemandem darüber geredet, was man übereinander denkt und fühlt und was man für einen Eindruck hat und so. Und ich denk mir so, hör, ich mach das irgendwie. Ja, das ist doch für wichtig. Also, ich verstehe manchmal nicht, wie Leute sich kennenlernen, ohne irgendwie was übereinander richtig zu wissen, hab ich das Gefühl. Es ist ja nicht mal was übereinander wissen, sondern doch so richtig die Emotionen und wie man denkt und ja über den anderen. Ach so. Weißt du, es ist erstes Date und man redet ganz viel darüber, was man über den anderen denkt und Eindruck und sonst was. Das ist halt untypisch eher. Aber so war Jamie so mein erstes Date auch. Ich find das super, weil es ehrlich direkt ist. Ja, es ist wichtig. Ich hab so gesagt, beschreib mich mit drei Worten, hab ich zu ihm gesagt. Ja, lieb ich. Ich lieb sowas. Oder so. Warte, was hab ich noch gesagt? Ach, keine Ahnung, wir haben uns auch solche Fragen, hab ich ihm gestellt. Ja, voll. Aber ich hab auch dieses Spiel gespielt, Fragen zum Verlieben. Da kam das alles drin vor. Hat ja funktioniert. Hat sehr gut funktioniert. Aber das dauert doch voll ewig. Ja, vier Stunden hat es gedauert. Alter. Aber das war perfekt. Du sitzt im Auto, es regnet so auf dein Auto drauf und währenddessen spielst du das. Sagst du im Auto? Ja, weil es hat geregnet. Wir wollten eigentlich spazieren gehen und dann saßen wir im Auto einfach. Haben es die ganze Nacht gespielt und vier Uhr morgens hat er mich nach Hause gefahren. Geil, also sind meine Dates auch. Das war aber so, oh Gott, das war so toll. Und dann am Ende haben wir Händchen gehalten. Im Auto? Mhm. Beim Zurückfahren. Oh mein Gott, ja, ich, ich, oh, ja, solche Dates. Ich war einfach so, ich so, können wir jetzt wenigstens mal unsere Hand festhalten, hab ich so gesagt, weil wir uns halt gar nicht nahe gekommen sind, null. Ich weiß noch, es gab so draußen, als wir spazieren gegangen sind, einmal so ein Cringe-Moment, wo ich irgendwie so gestolpert bin und ich bin so mit meinem Arm so gegen seinen Arm gekommen. Das war so der einzige körperliche Kontakt. Scherrung. Hast du das richtig aus Versehen und es war so, oh Gott, wir haben uns angefasst, das war so richtig so, als ob. Oh, ich kann mich noch genau daran erinnern. Macht dich das so glücklich? Ja, irgendwie schon. Das war süß. Und du meinst, ihr habt viele Dates, jetzt kommen wir mal hier zur aktuellen glücklichen Belizei. Wir haben jetzt genug über Alkohol und so Exzesse geredet, jetzt nur noch Absturz mit Partner. Ja. Nee, vielleicht einfach mal ein bisschen weniger Absturz. Nein, einfach keinen Absturz. Ich schwöre, ich hatte schon echt lange keinen richtigen Absturz mehr, glaube ich. Gut. Schau auf dich. Wenn ich mich noch daran erinnern kann. Kannst du dich daran erinnern? Nein, Spaß. Ich trinke echt nicht so viel Alkohol. Also ich möchte das auch nochmal kurz sagen, ich habe in meiner Teenie-Zeit sehr viel getrunken und ich habe da so meine ganzen Eskalations gehabt und deswegen Eskalationen. Und deswegen, ich brauche das auch nicht mehr so viel und deswegen brauche ich auch eigentlich Partys nicht so viel und so. Ich gehe echt ungern in den Club zum Beispiel. Ja, ich mittlerweile auch. Aber so, ich trinke schon gerne mal was, ich finde es lustig, aber ich bin absolut kein Absturz, Mensch. Also das ist passiert einfach, es gibt einfach manchmal den Moment, da denke ich mir so, ist mir jetzt egal, dass hier gerade meine Grenze ist. Bist du halt jetzt auch mit Carina und mir befreundet, a.k.a. Carina, die gar keinen Alkohol trinkt und ich, die sehr gut ihre Grenzen kennt. Ach ja, ist in Ordnung. Ja, dann trinke ich halt ohne euch. Nein, das ist, ich, ich will, also warum ist das jetzt in diese Richtung eigentlich abgedrückt? Weiß ich auch nicht. Ich trinke eigentlich echt nicht mehr. Ich habe letztens erst mit meinem, mit irgendjemandem, war es mit meinem Manager? Irgendwer meinte so, ja, weil du jedes Woche am Feiern bist und ich so, hä? Also sorry, ich bin ganz sehr zu Hause. So, ich würde echt gerne viel feiern. Du bist echt hier nicht viel am Feiern. Null. Ich war vielleicht, seit ich hier wohne, auf fünf Partys. Du hast auch in der ganzen Gamescom-Woche irgendwie gar nicht da am Start, oder? Nein, warum sollte ich auch in der Gamescom-Woche Juckt mich nicht. Achso doch, wir waren auf einer Party. Wir waren doch auf einer. Achso, ja, auf einer. Auf einer waren wir sogar zusammen. Ja, ach ja, stimmt, dann sind wir danach in den Club gegangen und Sonny und Jamie sind aus diesem Club, sie waren schneller da, vor uns. Welche Party meint man denn nochmal? Wir waren zusammen bei der Gamescom-Party. Mit Julia und so, oder? Ja. Und dann sind wir danach alle ins Flamingo und ich bin gerade ins Flamingo reingegangen. Es war so beschissen. Da kam Sonny und Jamie raus. Und haben gesagt, nee, wir haben keinen Bock, wir fühlen es nicht. Es ist so voll. Und dann sind die nach Hause gegangen und ich komme in den Land rein und es war so leer. Es war so voll. Es ist so, die ganze Flur war leer, ich konnte überall tanzen. Und es ist halt, also, dafür, du gehst echt wenig feiern hier. Ja, aber ich muss auch sagen, ich bin nicht, das ist ein Unterschied zwischen uns, ich bin nicht so die gernste Tänzerin, so. Ich bin eher auf Partys, um lustige Gespräche zu führen und was zu spielen. Also so, ich, ich lieb das so irgendwie dumme Scheiße zu reden und Bierball zu spielen oder sowas. Weißt du solche Dinge? Bierball. Flunkyball, keine Ahnung, wie das hier heißt. Ja, Flunkyball. Und, ähm, Flunkyball, I'm sorry. Bierball sagt Entschuldigung. Ich bin so ein Hausparty-Mensch, ich bin jetzt nicht so die begnadete Tänzerin, so. Ich will so, dass so Gespräche und so, das finde ich lustig, so mit Leuten zu unterhalten und so. Da kann man auch bessere Typen kennenlernen, das ist wie spicier als im Club, finde ich. Also ja, im Club ist es einfach schrecklich. Ich liebe auf Hauspartys, so jemanden kennenlernen und flirten. Oder auf so mehr privaten Partys. Ja, und vor allem, wenn die ein geiles Haus haben, wo man so in gewisse Räume, so. Oh mein Gott, so amerikanisch. Ja, boah. Hast du solche Partys manchmal gehabt, dass du so, ja. Wir hatten, ich hatte halt das Glück, dass ich so einen Freundeskreis hatte, da hatten irgendwie übertrieben viele Eltern in große Häuser. So, das war halt immer voll weit weg vom Bahnhof, man musste gefühlt eine halbe Stunde laufen, aber die waren irgendwie immer nicht zu Hause, die Eltern, und es waren immer so Hauspartys mit Garten und Whirlpool und so. Okay, mit Whirlpool. Ja, wir haben früher in der Teenie-Zeit auch so Hauspartys gemacht. Da war dann auch mein Rekord, ich hab das gerade die ganze Zeit im Kopf, du meintest an einem Abend mit drei Typen rumgemacht, mein Rekord war mit zwei. Das war auch bei so einer Hausparty und dann so am Anfang irgendwie mit dem einen und dann drei Stunden später im Garten mit dem anderen. Aber auch alles nur im Freundeskreis damals. Ey, ich war 16. Also, ich war 16. Warum war man als Teenie so crazy? Sag's mir bitte. Aber ich find es gut. Ja, ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Ja, das wollte ich dich die ganze Zeit noch fragen, in dieser Zeit. Auch wenn du gesagt hast, du bist so oft mit einem Bräuengefühl aufgewacht. Insgesamt. Bist du froh, dass du dich ausgelebt hast? Ja, ja. Also, ich bin froh, dass ich mich ausgelebt fühle und vor allem gemerkt habe, dass One-Night-Stands und so nichts für mich sind. Ja. Weil ich kann mir das so gut vorstellen, wenn Leute immer nur in Beziehungen waren oder vielleicht auch mit einer Jugendliebe immer noch zusammen sind. Also, ich glaube, bei vielen Menschen passiert es einfach, dass man irgendwann in seinem Leben das Gefühl hat, was verpasst zu haben oder sich nicht ausgelebt zu haben oder einfach, dass das Interesse da ist. Wie ist es mit anderen Menschen? Genau. Was bei mir so war, nach meiner zweiten Beziehung, weil ich war ja drei Jahre, dann zwei Jahre und so, und es war auch mit ein Trennungsgrund, dass ich gedacht habe, so, ey, wenn ich mich jetzt nicht trenne und mal kurz eine Jolo-Phase habe, das war, glaube ich, genau die Zeit der Jolo-Phase, ich nenne die immer Jolo-Phase, diese Phase, wenn ich das jetzt nicht habe, dann werde ich irgendwann eine Midlife-Crisis kriegen und werde fremdgehen. So, also so, weil ich wollte wissen, wie begehrt ich sein würde, wenn ich jetzt Single wäre und so, weil das war genau so, das lag aber auch ein bisschen an meinem Alter, also weil ich war halt nie, noch nie so ready zum Daten, keine Schülerin mehr und konnte gucken, wo ich bin auf dem Markt eigentlich. So, ich wollte das wissen halt. Voll, ich kann das auch voll nachvollziehen. Ich, also, ich muss auch sagen, ich bin mittlerweile so verdammt froh, dass, es kommt schon manchmal das Gefühl, okay, jetzt bin ich auch um fast 30 und hab noch, immer noch nicht so diese eine Beziehung und es wird ja jetzt alles später, aber ich sag dir ganz ehrlich, mittlerweile, oder gerade dieses Jahr, ist mir so bewusst geworden, wie gut ich das finde. Ich finde es so verdammt gut, dass ich die letzten Jahre so viel Erfahrung gesammelt habe, auch Beziehungen hatte damals, aber auch viel geflirtet habe, viel gedatet habe, mich ausgetobt habe, neue Sachen erlebt habe, so fucking oft auf die Schnauze gefallen bin und so verdammt viel gelernt habe, weil ich finde es für mich persönlich so der perfekte Werdegang, dass ich diese ganzen 20er viel gelernt habe, viel ausprobiert habe und dann die 30er können dann gerne die stabile Beziehung kommen. Ja. Weil ich ein komplett anderer Mensch bin als noch vor fünf Jahren, so. Voll. Und so viel gefestigter in mir selbst, so viel selbstsichere Ab jetzt macht das ja eigentlich auch gerade erst Sinn. Ja, finde ich auch. Also es gibt genug Menschen, die mit ihrer Jugendliebe zusammen sind und verheiratet und glücklich, ne. so wie es halt zu den Menschen passt. Ja. Aber ich bin, ich bin auch der Meinung, dass einfach statistisch gesehen, ich bin der Meinung statistisch gesehen, perfekt. Ich wollte auch gerade sagen, zeig mir doch mal die Statistiken. Und ich glaube, dass es statistisch eher so ist, dass Beziehungen länger halten, wenn sie in einem höheren Alter entstehen, als Jugendliebeziehungen. Kann ich mir auch vorstellen. Weil du als Teenie ein anderer Mensch bist, als mit 30 oder 40. Voll. Und ich finde es ganz normal, dass man sich auseinanderlebt oder beziehungsweise es gibt zwei Optionen. Entweder du wächst zusammen und ihr entwickelt euch in die komplett gleiche Richtung. Ja. Aber viele entwickeln sich halt in unterschiedliche und das ist völlig normal und völlig legitim und deswegen. Mit meinem Ex-Frau war es so, in der Schule, wir waren so in der gleichen Schule, in der Schule hat es so total Sinn gemacht, zusammen zu sein und man kannte ja auch nur diese Babel, man kannte sich auch wirklich nur im Schulalltag und der Schulalltag ist ja wirklich so krass anders als das Leben draußen. Und dann fing es schon an mit, er hat studiert, ich hatte dann einen Job im Eisladen und so, unser Alltag war komplett unterschiedlich, er war auf einmal mit ganz neuen Leuten, hat sich komplett verändert. Ich bin irgendwie auch so ein bisschen mehr in diese kreative YouTube-Berichtung gegangen und so und es hat auf einmal gar nicht mehr geweibt. Also wir haben uns auf einmal nicht mehr verstanden, wir waren nicht mehr auf den gleichen Partys, wir kannten nicht mehr dieselben Leute und haben richtig schnell gemerkt, dass wir in dieser Schulbubble haben wir gepasst, aber danach halt gar nicht mehr. Und entweder entwickelt man sich halt zusammen weiter, manche studieren ja dann auch dasselbe und gehen auf die gleiche Uni und so. Ich glaube schon, wenn man so einen ähnlichen Werdegang hat, kann es passen, aber ich glaube, super viele Leute strugglen halt auch damit und bleiben dann irgendwie zusammen, weil sie schon so seit der vierten Klasse zusammen sind. Aber ich glaube schon, dass es für viele auch voll schwer ist, da so mitzugehen mit der Entwicklung. Genau wie du gesagt hast, so jetzt ist man ja erst eigentlich der Mensch, der man ist. Alter, allein in den letzten zwei Jahren habe ich mich so krass entwickelt. Wobei, also der Mensch, der man ist, ich glaube, ich werde in fünf Jahren wieder ein anderer Mensch sein. Ja, safe. Aber man ist einfach mit Ende 20 ein ganz anders gefestigter Mensch als Ende Teenie-Zeit. Man kann auch jetzt, also wenn man Leute jetzt kennenlernt, dann kannst du ja richtig dir vorstellen, wie der Alltag in einem Leben mit der Person ist, weil die meisten sind ja zu Hause. Ja, und ich kann mir einen Menschen aussuchen, der zu meinem Leben passt. Weil, also ich bin nicht der Meinung, dass es diese eine große Liebe gibt und der wirst du begegnen und es gibt nur diesen einen Menschen, sondern du begegnest so vielen Menschen und du kannst dich, du entscheidest dich für einen Menschen. Nicht für eine Beziehung, sondern, also klar, Gefühle, alles gehören dazu, aber Selbstgefühle und Liebe reichen nicht. Sondern du entscheidest dich für einen Menschen. Du kannst ganz bewusst entscheiden, welche Menschen möchte ich treffen, welche Menschen möchte ich daten, welche Menschen möchte ich mehr in meinem Leben lassen. Ja. Und ich kann entscheiden, passt die Lebensvorstellung von diesen Menschen zu meinem Leben? Kann ich mir vorstellen, das ist kompatibel, wir könnten gemeinsam in eine Richtung bei einer Kindererziehung gehen. Genau. Und wenn ich da keine Kompatibilität sehe, dann brauche ich da auch gar nicht anfangen, überhaupt vielleicht Gefühle zuzulassen, aufzubauen, zu gucken, wo es hingeht. Ja. Und wenn ich Anfang 20 dann, oder in Teenie-Zeit, dann ist es ja viel einfach, dann ist es halt eher, Gefühle und Normalität, ja und Liebe ist da. Aber nicht so die Zukunftsziele und Zukunft. Genau, dann muss man halt wirklich mal ehrlich sein, passen unsere Lebensvorstellungen zusammen. Wobei das halt auch extrem schwer ist, wenn man schon verknallt ist und man dann aber spürt, okay fuck, er will aber keine Kinder und ich will schon dann, ich glaube super viele denken dann so, oh irgendwann wird es schon, so weißt du so, irgendwann kriege ich ihn dazu. Ja, die Situation hatte ich ja dieses Jahr auch. Es ist halt schwer, es ist so schwer, sein Bauchgefühl, also oder sein Herz so zu stoppen. Mit Kopf, ja. Ja, weil das ist eigentlich unmöglich, also es tut einfach nur weh. Das war halt so, bei mir ja auch so schwierig, das hast du ja auch mitbekommen, mit jemandem, der halt ein bisschen weiter weg gewohnt hat und ich habe diesen Menschen, es hat sich so gut mit diesem Menschen angefühlt, sodass diese Entfernung für mich einfach keine Rolle gespielt hat. Ja. Und er hat dann aber, er war schon der realistischere von uns beiden und ich, also beziehungsweise der rationalere und hat dann schon mehr das in Frage gestellt und meinte ja, rein logisch gesehen ist es nicht so schlau, dass wir uns hier aufeinander einlassen. Und ich war so, ja, aber es ist mir wert, weil das, wie es passt, ist unglaublich gut, so. Aber ich finde, sowas ist für mich kein Grund. Ja, ich fand es echt, das ist dann schade. Ja, in deiner Situation fand ich es auch echt unberechtigt, also wenn, sowas als Grund so vorzuschieben, weil das ist nicht so eine Sache, wie ihr habt unterschiedliche Zukunftsvorstellungen, außer vielleicht, er will für immer in seinem Ort bleiben. Aber zum Beispiel, niemand hat dich gefragt, ob du dir nicht vielleicht vorstellen kannst, da zu sein, oder? Ich habe ja dann gesagt, ja, ich will eigentlich in Köln bleiben, aber du kannst ja jetzt auch nicht beim ersten Date sagen, ja, ich komme für dich jetzt da hin. Ja. Also weißt du, weil ich meine, das ergibt sich ja. Ja, und das ist aber das Schwierige, weil du musst ja eigentlich, du lässt dich ja dann aber darauf ein und eigentlich musst du schon vorher entscheiden, ob du, ob das eine Option für dich ist. Weil wenn du dann, wie du eben meintest, wenn du dann in den Gefühlen drinnen steckst, dann ist Scheiße und dann tut es weh. Meinte er dann nämlich auch, ja, vielleicht sollten wir das doch, also falls wir uns dagegen entscheiden, sollten wir es machen, bevor wir da mehr reingehen. Ich kann es halt irgendwie nicht zu tausend Prozent, ich verstehe es nicht zu tausend Prozent, dass man auf einem Wohnort so beharrt. Also ich glaube, für die richtige Person wäre ich immer bereit, wegzuziehen. Habe ich auch immer gesagt und dann ist mir dann so mal letztens aufgefallen, ja, also in einem kleinen Kaff hätte ich ja gar keine Jobs. Das funktioniert bei mir doch nicht. Ich kann doch nicht überall hinziehen. Ja, okay, hast recht. Ja, hast recht. Wenn ich jetzt nur Influencer wäre und würde Kooperationen von zu Hause aus drehen, dann würde es funktionieren. aber ich bin ja Dienstleister. Ja, stimmt, du musst halt auch immer viel zu Kunden hin und so und wenn du dann halt irgendwo… Ja, und wenn ich irgendwo in einem Ort lebe, wo keine Influencer sind. Ja, okay, das macht schon Sinn. Ja, schon scheiße. Ich würde eigentlich auch für die richtigen Personen überall hinziehen. Es ist generell ja auch für Leute, die nicht selbstständig sind, nochmal um 800.000 Mal. Um Gottes Willen, ja. Schwieriger. Also, ja. Svenja? Nee. Hast du gesagt? Um Gottes Willen, ja. Ach so. Wer ist Svenja? Oh Gott, Svenja. Wer ist Svenja? Ich weiß es nicht. Nee, aber ich glaube, also, das ist krass. Man redet immer so aus seiner Position und wir sind wirklich sehr flexibel und haben sehr viele Privilegien. So, wenn man jetzt in einem Job wäre, dann würde es noch so viel schwieriger sein. Deswegen meinte ich zu dem Typen auch so, du brauchst dir gar nicht so viel Sorgen machen, weil wir haben beide, weil der viel remote gearbeitet hat und sehr viel sich selber planlegen konnte, weil er eine gute Position hatte. Der musste nicht von morgens bis abends im Büro sein. Der konnte viel Homeoffice machen oder mal sagen, nee, heute mache ich es nicht. Ich meinte, das sind die perfekten Voraussetzungen dafür, dass wir uns auf Distanz kennenlernen können. Ich kann super viel da sein. Du kannst auch kommen, wann du willst, theoretisch. Ja, also, ich fand, ihr hattet gute Voraussetzungen. Tja. Wer nicht will, der hat schon, ne? Ich hasse es, dass ich fast wie jeder Podcast-Folge über diesen Typen rede und selbst schon in der letzten mit Hanna, die hat mir richtig Kopf gewaschen. Aber das ist gerade einfach dein Verarbeitungs, weißt du, du wirst jetzt immer öfter ihn thematisieren oder irgendwann wird er einfach verpuffen. Weißt du, was das richtig Schlimme ist? Also, ich frage mich ja sowieso, ob er den Podcast noch hört, ne? Hallo. Das war sehr dumm von dir. Ich habe das jetzt noch nie so direkt angesprochen, aber ich weiß halt, dass er die ganzen ersten Folgen alle komplett angehört hat. und die letzten Male, es kommt bis jetzt immer ein Thema mit ihm auf und ich frage mich dann immer, ob er das hört. Ja, also ich würde es dann, also wenn ich es wüsste an seiner Stelle, dann würde ich es immer weiterhören, weil es mich ja interessieren würde, was er bei mich erzählt wird. Ja, aber nur, wenn der Mensch dich noch interessiert, oder? Nö. Ich werde wissen, dass er über mich geredet wird. Ja. Ach, ja, also, egal, kann es ihm ja eh nicht sein eigentlich. Das würde keinen Sinn machen. Kommt ja nichts mehr von dem. Ja, weirdo, also sorry, weirdo, wenn du das hörst. Ich finde es schrecklich, was du machst. Du musst gerade richtig auffassen, dass ich jetzt hier nicht zu privat, ähm, ja, Thema beendet. Nee, was ich nämlich noch sagen wollte, sein Wohnort verfolgt mich. Ach, das hast du gesagt. Ich komme gar nicht drauf, klar. Das ist halt ein Ort, ja, wusste ich, dass der existiert, aber das ist keine Großstadt. Da haben die Großeltern von meinem Ex-Find gewohnt, weil es dich interessiert. Toll. Und ich dachte immer, es ist am Arsch der Welt. Ist es auch. Und ich habe eine Freundin, die daherkommt. Daher kannte ich diesen Ort. Eine Freundin habe ich, guck, du hast da sogar jemanden, ne, mit dem hättest du Zeit verbringen können, wenn du. Nee, nee, die ist ja jetzt hier, ist ja eine meiner besten Freundinnen, die hier ist. okay. Aber dann ist mir irgendwann mal aufgefallen, ihre Freundinnen wohnen da auch noch, mit denen ich auch gut bin. Und dann habe ich ihren Freundinnen auch mal geschrieben, hey, sag mal, wohnst du nicht da und da? Sie so, ja, klar. Und ich so, ja, ich überlege dann vielleicht mal so, hab da jemanden kennengelernt. Oh, voll cool, ja, dann lass was machen und so. Das ist eigentlich so, okay, schon cool und praktisch. Aber seitdem es halt mit diesem Typen vorbei ist, dieser Ort verfolgt mich. Geisteskrank, du kannst dir das nicht vorstellen. Mir wird dieser Ort so oft genannt, ich begegne so vielen Menschen, die diesen Ort mir nennen. Ich habe danach ja jemanden getroffen, beim ersten Date, erzählt er mir irgendwas, ja, und meiner Ex-Freundin, und dann haben wir uns in, oh, jetzt wollte ich das gerade sagen, in blablabla gesehen. Und dann dachte ich mir so, dieser Ort. Krass. Dann erzählt er mir so irgendwie, weil der Homeoffice arbeitet, im Homeoffice arbeitet, sich dann irgendwann so mal zuendet, oder keine Ahnung, weil, ja, wo ist denn, wo ist denn deine Firma eigentlich? Ja, in da, da, da. Ich so, Alter. das ist aber dieses Gesetz der Anziehung so, wenn du halt viel drüber nachdenkst, so, dann ploppt das auf einmal die ganze Zeit auf. Ja, dann, keine Ahnung, habe ich ja einmal richtig krass letztens von dem geträumt. Ich wache auf, das erste, was ich mache, ist auf irgendeinem Profil klicken, wo auch fett dieser Ort einfach nur in der Bio stand. Ich so, come on. Dann, der Typ aus dem Club. Ja. Wo kam der her? Auch aus diesem Ort. Sag mal. Die zwei Freunde, wo wir dann ja zu vier drum gelaufen sind, die meinten dann beide so zu mir, dass sie da studieren. Oh, wir connecten gerade voll, weil wir rausgefunden haben, dass wir eigentlich ursprünglich beide aus dem gleichen Heimatort kommen. Ich so, ha, lustig, woher denn? Ja, aus da, da, da. Ich so, ich wollte mich doch verarschen, oder? Das ist, also ja. Letztens, wo ist, habe ich mir angeguckt. Ich bin nie auf wo ist. Ich habe da ein paar Freunde, wo ich den Standort sehe. Kurz bevor ich zu diesem Date gegangen bin, das finde ich so komisch. Das erste Date nach dem Typen. Ein paar Sekunden bevor ich dem Typen begegne, gucke ich auf wo ist und eine meiner Freundinnen ist in diesem Ort und nicht mal sogar in so einem Nebenort von diesem Ort, in so einem Kaff, wo von ihm was ist, wo ich weiß, dass er da oft ist. Krass. Und ich dachte, ich habe einen Schock bekommen und ich meinte so, warum bist du da? Es ist halt wirklich, Gesetz der Anziehung. Es ist einfach so, sowas existiert. Ich verstehe das nicht, warum dieser Ort mich so verfolgt jetzt. Weil du darüber nachdenkst. Das ist es einfach. Deine Gedanken machen das. Als Jamie und ich so ein Insider-Tier hatten, okay, wir haben so ein Faultier als Insider, denkst du, ich sehe einfach überall Faultiere. Ich bin bei der Tankstelle und da hängen Faultiere, 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 ja genau, über den Weg. Nein, aber so weißt du, so Sachen, es könnte jedes Tier sein, es ist ein Faultier. Ja, das stimmt auch und ich weiß, wenn man halt so sagt, von wegen, ja, rote Autos, rote Autos, dann sieht man nur noch rote Autos. Aber, sorry, aber ich kann mir nicht, also, den Ort habe ich jetzt nicht so oft vorher gehört, also, ich kenne auch keinen anderen Ort, der mir so oft. Aber allein, weil du jetzt sagst, der Ort kommt oft, dann wird der noch, er wird jetzt öfter kommen. Ich habe mich, ich frage mich halt die ganze Zeit, warum? Was machst du da in der Zwischenlandung? Wenn du nächsten Reisen? Flughafen. Ich meinte schon zu meiner Freundin, die da herkommt, ich so, am Ende lande ich da und wohne dann da irgendwie und sie so, Gott, gar nicht zu dir und hat mir dann erzählt, wie die Menschen da sind, von wegen, dass die alle sehr verklemmt sind und sie meinte, ja, du hast ja manchmal so bunte Haare und die Leute würden dich so dumm angucken, in Köln ist das gar kein Ding, die Leute würden sich so dumm angucken, man kann da nicht mit Kamera rumlaufen, das ist alles da ganz so noch altbacken und dann meinte sie, sie würde es da gar nicht glücklich werden und ich so, ja, vielleicht ist es gut, dass ich den nicht date. Ja, Schicksal wollte das nicht so. Der, der, er hat einfach die Reißländer gezogen auf eine komische Weise, so irgendwie. Aber hast du mitbekommen, dass ich nicht mehr blockiert bin? Ja. Was auch wieder richtig random ist. Ich verstehe das nicht, wenn ein Mensch, also der muss ja irgendwann auf den Gedanken gekommen sein, ich entblock sie jetzt. Ja. Ja, es ist richtig komisch. Sehe ich genauso. Aber sich vor allem, Leute, jemanden zu entblocken und dann nicht zu melden, auch komisch. Aber ich hatte auch mal so jemanden, der hat mich dann immer entblockt, mir ein Herz geschickt und wieder geblockt. Auch perfekt. What the fuck? Ja. Also manche Leute sind einfach weird. Jeder macht, jeder macht seinen Struggle irgendwie so auf seine Weise. Also deswegen glaube ich, du bist ihm nicht egal, sonst wäre es ihm doch scheißegal, dann wäre es da einfach weitergeblockt. Weißt du? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Naja, wir werden nie wissen, ob wir jeweils Antworten auf diese ganzen komischen Fragen mit ihm haben werden. Wenn du diese Folge hörst, schreib Jen doch mal ein Herz. Ich brauche kein Herz. Dann halt eine Glühbirne, damit sie weiß, dass sie jetzt gleich wäre. Einfach mal auf die letzte Nachricht antworten. Ja, das wäre auch nett. Du Arme, ey. Ohne Witz, das ist eine beschissene Situation und ich kann dazu keinen richtigen Tipp geben, weil das einfach ... Ja, es gibt ja auch keinen Tipp mehr. es gibt einfach nichts, was man ... Ich habe es jetzt nochmal versucht und das tat mir gut. Ich bin froh, dass ich das gemacht habe, weil es ewig sonst in meinem Kopf gewesen wäre. Das habe ich schon in meinem Podcast erzählt. Ich mache das eigentlich fast immer mit Typen, mit denen ich eine intensivere Geschichte hatte und ernstes Dating, dass ich nach ein paar Monaten nochmal mit denen Kontakt habe oder nochmal auf die zukomme oder es sich einfach automatisch ergibt und man sich nochmal trifft und nochmal über alles redet. Eigentlich mit jedem, mit denen ich ernsthaft gedatet habe. Ja, das ist mega gut, um es zu verarbeiten. Es gibt nichts Schlimmeres, als danach irgendwie so eine Ungeklärtheit zu haben, weil man kann sich richtig damit abschließen und man nimmt vor allem dann irgendwie Ängste oder Struggles mit in die neue Kennenlernphase, finde ich. Es ist voll gut, so ein kleines Gespräch zu haben. Ich habe das jetzt halt auch bei den Menschen, die ich danach getroffen habe, habe ich ja gemerkt, dass ich öfter halt an denen davor denke und es ist scheiße. Ja, es ist scheiße. Klar. Aber wahrscheinlich, weil es auch voll ungeklärt ist. Ja, weil da offene Fragen irgendwie sind. Deswegen kannst du ja gar nicht richtig ready für jemanden Neuen sein, außer er flasht dich wirklich geisteskrank. Sowas gibt es ja, es gibt diese Typen, man muss sie halt nur finden. Warst du geflasht von Jamie? Ich war sehr geflasht von Jamie. Warum? Ich kann, also Jamie ist schon eher ein ruhiger Charakter, so ich kann nicht sagen, was mich so krass an ihm geflasht hat. Das war jetzt nichts irgendwie, wo ich so dachte, es war einfach so, ich kann das nicht, es war einfach so ein Gefühl. Ich dachte so, krass, so, den muss ich haben. Krass. Ich hatte so ein Gefühl, glaube ich, auch wirklich noch nie so richtig auf diese Weise. Es war wirklich so, ich kann, ich habe es einfach gewusst, ich habe mir auch irgendwie gar keine Sorgen gemacht, ob es klappt oder nicht. Also für mich, ich habe einfach gemerkt, er ist es so. Er hat mir auf irgendeiner Party mal gesagt, dass er Single ist. Diese Aussage. Warum? Dass man sich keine Sorgen machen muss? Nee. Oder war es eine schlechte Aussage? Wie oft mir im Leben oder wie oft Menschen sagen, wenn du den Richtigen triffst, merkst du es einfach und du weißt einfach, woher ist es. Ich schwöre, das ist so. Ja, das dachte ich bei dem einen auch. Ja. Und seitdem denke ich mir so, er kann ja gar nicht mehr auf sein Bauchgefühl betrauen. Aber ich glaube irgendwie, das ist ein bisschen so gemeint, dass man wirklich, es gibt keine Struggles. Also so, bei euch gab es ja schon früh dann so dieses so, ja, Wohnort und so. Weißt du, was ich meine? Oder? Ja. Oder dass man sich nicht so richtig sicher war, ist er gerade ready für was Festes? Nee. Das ist schon nie im Raum. Okay. Ja, ja, keine Ahnung. Ich glaube auch, man weiß es, aber man kann, also ich habe, man weiß ja. Man weiß es, aber es ist nicht die Garantie dafür, dass es auch funktioniert. Genau, also es ist ja dann vielleicht für dich der Match, das Match so. Aber. Ich habe halt für mich gesagt, er kann ja Target haben. Ich hatte sofort das Gefühl, er ist richtig für mich und es fühlt sich richtig an und es war auch ein richtiges Gefühl. Es ist total dumm, im Nachhinein sauer auf seine Intuition zu sein und nicht mehr auf sein Bauchgefühl zu vertrauen, weil ich habe durch diesen Menschen so krasse Dinge gelernt. So nochmal, also nochmal ein Riesenstück zu mir selber gefunden. Es ist alles für irgendwas gut. Und das war so wichtig. Wäre dieser Mensch nicht mit dieser Intensität in mein Leben gekommen und wäre nicht schon beim ersten oder bei den ersten zwei Treffen dieses Gefühl von hier gehen gerade Zahnräder ineinander. Wäre das nicht gewesen, wäre die Fallhöhe nicht so groß gewesen bei dem Verletztwerden und dann wäre ich nicht so tief gefallen, ohne dass ich auf den Boden falle. Weil ich dadurch einfach so krass gelernt habe, okay, jetzt wird es richtig persönlich, aber behalte deinen Punkt, wo du gerade warst, weil ich ja jetzt voll reingegräht bin. Nee, oder? Ich glaube nicht. Red einfach weiter. Ich habe ein krasses Problem mit Verlustängsten und bei jedem Dating hatte ich immer das Problem, dass ich Angst habe, dass der Typ gleich abhaut, weil es halt einfach sehr oft passiert ist, aber weil ich das, genau solche Männer halt in mein Leben gezogen habe, weil ich diese Angst habe und man muss erst mal schaffen, diese Angst in sich selber zu lösen, sodass man dann keine Männer mehr anzieht, die das machen. Und das ist ein riesig langer Prozess. Ich mache das in 28 Jahren, bin ich auch so wie? 28 Jahre. Und der Mann hat mich geflasht oder dieses, es hat einfach geisteskrank gepasst und es hat sich angefühlt wie Zahnräder, die ineinander gehen. Ich habe in der Folge mit Hannah 4 darüber geredet. Jetzt wisst ihr auch, dass es darum ging. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, das könnte gerade die Liebe meines Lebens sein. Und dadurch war natürlich die Angst auch da, dass der einfach weg ist. Aber ich habe schon mit ihm an meiner Seite diese Angst überarbeitet und verarbeitet, weil ich mit ihm die ganze Zeit darüber kommuniziert habe, was meine Ängste sind. Und es wäre ja nicht schlimm, wenn es morgen vorbei ist. Haben wir die ganze Zeit darüber geredet, so im Sinne von, in einem gesunden Sinne, weil der auch krass reflektiert und auch in Therapie und so auf dem gleichen Stand, was diese ganze Aufarbeitung angeht, war wie ich, was ich noch nie, ich habe noch nie einen Mann getroffen, der da auch so weit ist. Und dadurch habe ich schon diese Angst verarbeitet, während ich noch mit ihm war und dann kam die große Explosion und es ist Schlimmes passiert und dann kam das Verlassenwerden und das Blockieren, was eigentlich potenziell der größte Heartbreak meines Lebens sein könnte. Aber ich sage dir, wie es ist, oder ich sage euch, wie es ist, es war der leichteste Heartbreak. Weil du es irgendwie schon dabei verarbeitet hast, so ein bisschen. Ja, und weil ich einfach gemerkt habe, ich bin nicht schuld. Ich war mir das erste Mal in meinem Leben hundert Prozent sicher, ich kann nichts dafür. Ich bin nicht schuld. Ich habe nichts falsch gemacht. Im Sinne von, nicht dieses Überhebliche, ich sehe keine Fehler ein. Absolut. Aber ich weiß, dass ich diesmal gut kommuniziert habe. Ich aktiv immer, ich bin nicht ausgerissen, ich war nicht scheiße zu den Menschen. Ich habe gut kommuniziert. Ich war ehrlich, ich war authentisch. Man wusste immer, woran ich bin. alles und er ist in eine Situation gegangen, wo ich wusste, es ist gerade bei ihm einfach ein Problem. Ja. Es ist ein Problem, was er mit sich selber gerade hat. Es ist gerade Schutzmechanismus. Ja. Deswegen geht er. Und es liegt nicht an mir. Und dadurch, weil ich das zum ersten Mal hundert Prozent gefühlt habe, war es okay, damit klarzukommen, dass er geht. Und ich bin nicht krass gefallen. Und dadurch, dass das passiert ist, habe ich, glaube ich, diese Angst, dass mich ein Mann generell verlässt, komplett überwunden, weil ich weiß, selbst wenn die größtmögliche Fallhöhe mich fallen lässt, dir potenziell die Liebe meines Lebens, ich komme damit klar. Ja, man kommt ja eigentlich immer damit klar. Ich komme damit klar, genau. Und man ist, man denkt einfach manchmal in solchen Situationen, die Welt geht unter oder man stirbt. Also es ist ja noch was ganz tief verankertes aus der Kindheit. Einfach die Angst, verlassen zu werden, ist irgendwo eine Angst zu sterben. Und als Erwachsener weißt du aber eigentlich, dass das nicht passiert. Aber diese Angst als Baby, weil als Baby würde das passieren, ist so in uns verankert, dass es sehr schwierig ist, das aufzuarbeiten und umzuprogrammieren im Unterbewusstsein. Das ist nichts, was man im Bewusstsein hat. Und ich habe das Gefühl, ich habe das jetzt verarbeitet, ich brauche jetzt beim nächsten Dating nicht mehr Angst haben, dass der Mensch geht. Guck mal, vielleicht war das genau die Lektion. Genau, dafür war der gut. Dafür war es auch wichtig, dass ich das Gefühl hatte, es könnte die Liebe meines Lebens sein. Weil nur dadurch konntest du es so richtig checken. Es war jetzt nicht irgendwer ganz nett, sondern es war dir richtig wichtig und er ist gegangen und du bist trotzdem nicht komplett zerstört. Genau, weil wenn ich jetzt weiß, selbst bei dem Mann, wo ich dachte, es passt, wenn ich selbst damit klarkomme, dann komme ich auch mit anderen klar. Das ist so geil. Man darf halt nur nicht dann verlieren, irgendwie wieder so richtig euphorisch bei Sachen zu werden, weil man dann irgendwie eh denkt, so ja, ach, selbst wenn er mich verlässt, weißt du mal, ich finde, man darf das auch nicht so zu krass so beschreien. Also, weißt du, wenn man immer direkt dann vom Negativsten ausgeht, ist es, glaube ich, auch nicht der richtige Weg, aber ... Nein, sondern einfach im Reinen mit sich selber zu sein, von wegen, es ist in Ordnung, wenn ein Mensch gehen würde. Genau, weil es liegt nicht an dir. Es ist nicht deine Schuld. Ja, und man ist mit sich alleine glücklich. Das ist halt das Aller, Allerwichtigste. Das ist die Grundbasis fürs Dating. Ja. Man ist mit sich alleine glücklich und ein Partner ist nur die Kirsche oben drauf. Genau, der Partner sollte auf jeden Fall die Kirsche sein und nicht irgendwie nichts, was einen runterzieht, nichts, was einen, keine Ahnung, es gibt ja viele Beziehungen, wo der Partner einen eher so ein bisschen klein hält. So, ich finde, der Partner sollte so eine, so einfach so ein Goodie sein an deinem Leben. So, es sollte einfach Spaß machen, man soll sich fallen lassen, man soll sich wohlfühlen, aber er darf zum Beispiel auch nicht deine Luft sein. Also, er darf nicht deine Luft sein. Du musst auch alleine existieren können. Genau. Es ist einfach so wichtig, dass, wenn ihr mal drüber nachdenkt, ihr habt jetzt einen Partner und ihr habt einen Menschen, den ihr liebt. Wenn ihr darüber nachdenkt, dass der Mensch gehen würde, wenn ihr den nicht mehr in eurem Leben hattet, natürlich tut das weh, um Gottes Willen. Es wäre komisch, wenn es nicht wehtun würde. Aber, wenn du merkst, mein Leben wäre dann vorbei, ich wüsste nicht, wohin mit mir, ich wüsste nicht, was ich machen sollen würde. Dann musst du noch ein bisschen mehr zu dir selber finden. Wenn du aber das Gefühl hast, ich fände es richtig schlimm, ich will nicht, dass der geht, ich möchte den bis an mein Lebensende haben, aber sollte es passieren, habe ich meine Freunde, mein Job, mich selber, meine Interessen, meine Hobbys, ich kann für mich selber sorgen, ich kann mich alleine glücklich machen, ich kann Zeit mit mir alleine verbringen, dann ist perfekt. Ja, voll, sehe ich genauso. Hast du das Gefühl, das ist bei dir gerade so? Ja, safe. Also, ich habe in Jamie einfach so meinen Partner gefunden, der mit mir alles macht, worauf ich Bock habe, aber der mir auch Freiraume geben würde, wenn ich sie haben will. Das Ding ist, ich war vorher so ein bisschen auf Entzug, ohne jetzt Marcel zu roasten oder so. Wir hatten auch eine gute Beziehung, wir haben uns übertrieben vertraut und wir haben auch viele Hürden gemeistert und so, aber bei uns ist so die Beziehung auf der Strecke geblieben, sagt er ja auch selber. Wir haben gefühlt, die letzten zwei Jahre waren wir so Mitbewohner und ich habe mir immer eine Person gewünscht, die mit mir reist, die mit mir Sachen unternimmt und mit der ich halt meinen Alltag so richtig lebe und nicht einfach nur nebeneinander her lebe. Weißt du, das war so das größte Problem, wir haben es einfach nicht mehr gepflegt, wir hatten keine Dates, wir hatten nichts und so. Aber um ehrlich zu sein, hatten wir es auch noch nie so richtig, aber auch nur, weil wir beide noch relativ jung zusammengekommen sind, finde ich. Wie lange wart ihr zusammen? Sechseinhalb Jahre? Was? Oder sieben? Boah. Warst du das verflixte siebte Jahr? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Meine Mutter trennt sich immer im Verflixten. Ey, und das ist ja wegen der Evolution, ne? Weil man sich alle sieben Jahre verändert? Ne, weil man, weil Tiere irgendwie so sind, wenn, ey, ich schwöre, das hat mir Marcel sogar erklärt. Marcel hat immer gesagt, wir trennen safe nach sieben Jahren oder so. Oh mein Gott. Was? Und auf jeden Fall, ähm. Ist jetzt auch nicht so cool, wenn du mit jemandem zusammen bist und jemand sagt, äh, sieben Jahren, trennen wir uns eh. Ach ja, aber es war so immer auch witzig. Also wir waren halt, wir waren halt so, wir waren, es war eure Art so. Wir waren einfach lustig, also ich glaube, wir haben auch, ich bin gespannt. Ja, aber ich glaube, wir haben auch schon, also hat er ja auch selber gesagt in seinem Trennungsding, so, wir wussten schon mindestens zwei Jahre vorher, dass es nicht für immer sein wird, weil wir uns einfach gewisse Dinge nicht gegenseitig geben konnten, so. Ihm haben sehr viele Dinge nicht interessiert, die ich gemacht habe, mich haben sehr viele Dinge nicht interessiert, die er gemacht hat und dann war es irgendwie immer ein Kompromiss und es waren viele Kompromisse und man hat es nicht gefühlt. Also weißt du, was ich meine so, es reichen nicht nur Kompromisse, klar gehören Kompromisse dazu, aber es muss einem auch Spaß machen, mit der Person was zu machen und das haben wir irgendwie ein bisschen verloren. Ihr hattet ja auch zwischendurch richtig kritische Phasen, worüber ihr dann auch oft öffentlich gesprochen habt, wo ihr es dann aber irgendwie gemeinsam rausgeschafft habt. Ihr habt dann ja auch ein Buch geschrieben, so ein Beziehungsrat. Das ist echt so cringe, weil wir uns jetzt getrennt haben, Alter. Aber ich finde, nur weil man sich trennt, kann man doch trotzdem Beziehungsratgeber schreiben, weil nach der Trennung sind sehr viele Bücher bei eBay online gegangen. Was? Nein. Ich schwöre. Du nein. Doch, ich habe dafür so ein Dings eingestellt, dass ich das immer sehen konnte und da sind richtig viele, in der Zeit sehr viele Bücher online gegangen. Du willst mich verarschen, dass die Leute, die euer Buch, euer Beziehungsratgeber hatten, das verkauft haben, weil ihr euch getrennt habt, im Sinne von, nee, stimmt ja alles, nicht, was die sagen? Oh mein Gott. Okay, das ist richtig funny. Aber ich finde, eine beendete Beziehung ist nicht gleich eine gescheiterte Beziehung. Nee. Ich finde, wir müssen irgendwie generell in der Gesellschaft davon wegkommen, dass es das Ziel ist, eine Beziehung bis zum Lebensende zu haben. Weil es ist super schöner, romantischer Gedanke. Und ich bin auch voll die Romantikerin. Wie schön wäre es, wenn ich jetzt den einen Mann und dann bis zum Ende meiner Tage, natürlich, aber das sollte nicht das Ziel im Leben sein. Ich bin jetzt auch so, okay, ich möchte jemanden kennenlernen, der der Vater meiner Kinder wird. Aber ich bin mittlerweile so, dass ich sage, ich bin nicht so Delulu, Delusional, dass ich davon ausgehe, dass man dann für immer zusammen sein muss. Muss nicht, aber wäre ja schön. Wäre schön, aber ich bin da realistisch und denke mir, ich kann jetzt jemanden kennenlernen, wir können Kinder miteinander kriegen und in 20 Jahren sagen wir, hey, das passt einfach nicht mehr so. Das tut uns beiden nicht gut und dann geht jeder seine getrennten Wege und dann kann man auch noch mal eine neue Beziehung starten, auch in seinen goldenen Jahren dann noch mal. Und nur, weil ich mich dann getrennt habe nach 20 Jahren, heißt das nicht, dass ich keine Ahnung von Beziehungen habe und dass das eine gescheiterte Beziehung und sowas ist. Weil Beziehungen sind nur da, um sich selber mehr zu entdecken und kennenzulernen und so weiter zu entwickeln. Ja, also, ja, Beziehungen sollten einfach Spaß machen, aber ich finde, man sollte auch schon so ein bisschen so, heutzutage sind viele Leute immer so, ja, die Welt steht mir offen und bla 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 und ich finde schon, wenn man sich auf etwas committet, sollte man eigentlich alles dafür tun, dass es so bleibt. Ja, das auf jeden Fall. So, man darf sich nicht auf einer Beziehung ausruhen. Aber nicht auf Krampf. Nee, genau. Genau, das ist das schmale Graf. Nicht auf Krampf und man darf auch nicht unglücklich sein. Ich finde, vor allem, wenn Kinder im Spiel sind, merken die das ja auch. Ja. Kindern eine unglückliche Beziehung vorzuleben bringt auch nichts. Also, wobei, für mich wäre es wirklich eine Horrorvorstellung, Kinder zu kriegen und mich dann zu trennen. Ich würde das so traurig finden und ich würde es echt schwierig finden, aber ich glaube, also, so geht es ja super vielen Leuten und man kriegt das auch hin. Nur, so stelle ich mir mein Leben halt nicht vor und ich wäre echt traurig, wenn es bei mir so wäre. Aber ich kann es mir auch irgendwie, also, ich denke, ich weiß irgendwie, wie mein Leben wird. Mein Leben wird einfach toll und deswegen passiert mir sowas nicht. Mein Leben wird super. Nein, aber so, für mich ist es schon ein Ziel, sage ich ehrlich. Also, ich würde schon gerne jetzt für immer mit Jamie zusammenbleiben und eine Familie grünen und ein Haus und so. Für mich ist auch eins eigentlich meiner Lebensziele einfach so ein Leben. Ich habe gar nicht so krass viele so andere Ziele. So, für mich ist das ein Ziel irgendwie. Aber ich würde es halt niemals erzwingen. Also, wenn es einem von uns nicht gut tut oder so. Ich meine, ich habe es jetzt hinter mir. warum wir so lange zusammen waren, Marcel und ich, war ja, weil wir immer gesagt haben, ey, wir sind schon voll lange zusammen, wir können das jetzt nicht einfach so fallen lassen. Wir waren oft an dem Punkt. aus Gewohnheit dann noch. Oder man will halt diese Jahre nicht wegschmeißen. Ja, und ich sage auch ehrlich, man hat einen Hund zusammen, so ist das jetzt was anderes als ein Kind. Man hat eine Wohnung zusammen und so. Es ist alles total anstrengend. Sorry, aber ich würde, ich glaube, Marcel und ich müssen mal ein Video dazu machen, weil es echt lustig ist, wie unser Gespräch bei der Trennung war. Es ging nämlich genau um diese Dinge direkt. Also es war so nicht, es war nicht viel mit Heulen oder so. Es war einfach direkt sehr rational und wir haben einfach gesagt, okay, was sind jetzt die Schritte? Was kriegst du, was kriege ich? So, wirst du? Ja, also es war, egal, erzähle ich, vielleicht, mal gucken, vielleicht hat er ja Bock, darüber mal zu sprechen. Es war auf jeden Fall so eine sehr gesunde und normale Trennung. Also es war sehr unemotional. Also ein bisschen natürlich, aber eher so, wir waren ja eh eigentlich nur Freunde die letzten Jahre, so auf den mäßig. Und, warte, warum sage ich das jetzt gerade? Achso, weil Trennungen auch anstrengend sind und ich glaube, dass viele Leute, guck mal, Schmervormann ist noch älter und hat zusammen Haus gekauft und ein Grundstück und dann viele tragen sich dann da gleichmäßig ein und dann ist das auch noch ein Struggle und man muss auch echt drauf achten, finde ich, dass man so viele Sachen wie ein Haus kauft und so, irgendwie so ein bisschen auch, wenn es geht, wenn man die finanziellen Mittel hat, trennt voneinander oder so, dass es vielleicht einer macht und der andere zahlt dann Miete oder so, weil, für den Fall, dass man sich trennt. Ja, also einfach, weil, stellt euch, also vor allem, weil viele Leute sehen ja sowas, so einen Schritt wie sich einen Hund kaufen, ein Haus bauen. Viele Leute nehmen das so als, ja, irgendwie muss mal wieder was passieren, wir brauchen ein bisschen Spice in unserem langweiligen Alltag. Ganz ehrlich, ich schwöre, es ist so safe. Habt ihr das auch gehabt? Nein, 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 mit Schubi wollten wir haben. Aber ich meine nur, ich glaube schon, dass viele Leute so sind, irgendwie muss jetzt mal was passieren, mir ist irgendwie langweilig. Ja, oder von wegen, wir müssen den nächsten Schritt machen. Genau, wir müssen das jetzt irgendwie machen. Dass sie so stagnieren in ihrer Beziehung. Genau, genau, ja, genau das meine ich, glaube ich. Und dann, dann, da muss man aber aufpassen, man muss einfach so krass sich selber reflektieren, weil nur aus so einem Grund darf man sich nicht in irgendeinen Bauchvertrag zusammen eintragen oder so. Es muss immer, weil dann ist eure Beziehung gerade schon am bröckeln und ihr macht dann so einen krassen Schritt und dann wird die Trennung noch schlimmer sein, weil es einfach anstrengend sein wird, das auch so klammöse. Das ist jetzt mega dumm, man soll eigentlich nicht, ich finde, man sollte immer nicht über das Negativste nachdenken, wenn man gerade was Positives macht, aber wenn man schon merkt, dass man gerade da irgendwie struggelt. Ja, es ist nie gut, solche Schritte zu machen, um die Beziehung zu retten. Genau, ja, safe. Ja, voll. Definitiv. Aber jetzt, wo du dich von Marcel dann oder wo ihr euch getrennt habt, hattest du das Gefühl, es ist eine gescheiterte Beziehung und dadurch ist euer Beziehungsratgeber nicht ich? Ach, nein, also klar, es ist eine gescheiterte Beziehung, aber es hat ja auch super viele positive Nebenaspekte gehabt, so wir haben uns extrem weiterentwickelt, wir haben uns auch schon sehr unterstützt, wir sind sehr aneinander, also ich bin auf jeden Fall an ihm gewachsen, er hat mir voll viel beigeschaut, gebracht, ich bin auch viel so stärker als Person geworden, ich glaube auch, ich glaube auch die Tatsache, dass wir wenig zu zweit unternommen haben, was mich halt immer voll abgefuckt hat, aber das hat mir auch geholfen, also ich bin dadurch selbstbewusster geworden, ich war früher extrem schüchtern und zurückhaltend und war auch sehr oft überfordert und so, aber dadurch, dass ich halt viele Sachen alleine gemeistert habe, ja, also hat mir das, also das, es hat einfach, es war einfach wichtig. Ja, und deswegen sage ich, es ist eine beendete Beziehung, aber keine gescheiterte Beziehung. Nee, aber trotzdem fand ich es irgendwie, ich fand es einfach lustig, dass wir einen Beziehungsratgeber rausgebracht haben. Ach so, ich dachte, dass ihr euch getrennt habt. Nee, ich fand es einfach lustig, vor allem, weil ich hatte mit Marcel in der Beziehung halt andere Ansichten als mit Jamie jetzt zum Beispiel. Krass, inwiefern? Also zum Beispiel haben wir immer gesagt, so, dass wir vielleicht uns eine offene Beziehung vorstellen könnten oder so. Ja, stimmt, das hast du gesagt. Könnte ich mir jetzt auf gar keinen Fall. Ja, das finde ich interessant, dass man halt in einer anderen Partnerschaft, das ist halt das Ding, worüber ich so oft nachdenke, du bist mit verschiedenen Menschen, führst du verschiedene Beziehungen und das ist so individuell, da gibt es kein Schema X und das ist manchmal so schwierig, weil man sagt, zum Beispiel, du hast einfach das Gefühl, es ist der Richtige und Leute, manche Leute sagen, wenn ihr am Anfang schon Struggles habt, dann ist das schon zum Scheitern verurteilt und manche Leute sagen das Gegenteil, wenn du eine anfangsschwierige Phase hast, dann weißt du schon am Anfang, ob ihr miteinander funktioniert und dann ist es gestärkter. Mit jeder Person, auch wenn eine Person immer gleich bleibt, würde diese Person mit jeder anderen Menschen eine andere Beziehung führen, weil es so individuell ist und wie du schon sagst, man verschiebt teilweise dann auch unbewusst die Prioritäten oder die Ansichten und das finde ich so spannend. Aber es ist doch mit Freunden auch so ein bisschen. Ja. Ich bin schon auch anders bei anderen Leuten teilweise. Safe, ich auch. Man ist so mit jeder Person so eine andere Persönlichkeit von sich selbst. Aber trotzdem real. Genau. Also man selber. Genau, man ist ja natürlich nicht komplett unterschiedlich, aber so man hat, man kann mit... Es kommen einfach... Es werden von verschiedenen Menschen Dinge bei dir getriggert. Ja, voll. Ja, safe. Und das sind manchmal Energien, das sind manchmal aber auch, also Energien, die du einfach nicht siehst, das sind manchmal aber auch konkrete Sachen und deswegen finde ich aber auch Beziehungen einfach so spannend und so interessant und deswegen denke ich so, dass jetzt auf dem Weg zu meiner 30 finde ich es so toll, dass ich in diesen, in verschiedenen Etappen verschiedenen Menschen begegnet bin und an jeder Beziehung oder auch Nicht-Beziehung und einfach nur Verbindung mit jemandem so gewachsen bin. Ja. Weil es mich immer weiter gepusht hat zu dem, wer ich jetzt bin. Ja, voll. Verstehe ich. Und es ist ja so... Es macht so Spaß. Man wächst halt daran. Auch an Niederlagen wächst man so sehr und während man gerade eine Niederlage hat, denkt man sich immer so, fuck so. Aber wenn man einfach weiß, so das bringt gerade was, das ist gerade gut für irgendwas. Das ist dieses so, ja, jede schließende Tür öffnet eine andere. Es ist halt einfach so. Ja. Was schätzt du an der aktuellen Beziehung so am meisten? Also am meisten glaube ich, dass wir so krass liebevoll zueinander sind. Also so richtig, das hat mir übertrieben gefehlt. Ich wollte gerade sagen, es war so, früher war das bei dir so dieses, was man ja manchmal auch bei deinen Videos mitbekommen hat, dass du eigentlich jemand bist, der auch so gerne so cutie-kabel-stuff macht und Marcel war nicht so. Und es war für dich in Ordnung, weil du diese Beziehung... mit ihm wolltest. Genau, aber ich dachte dann sogar auch kurz, dass ich auch so bin. Also ich, das musste ich halt rausfinden. Aber ich habe halt irgendwann gemerkt, dass es mir fehlt. Also erst dachte ich so, ja, es ist mir gar nicht so wichtig und man redet sich das ja auch ein bisschen ein. Also man will ja nicht dann auch, dass es daran scheitert oder so. Ja. Und vor allem will ich niemanden verändern. Also... Ja. Genau, aber ja, dieses Cute und ich, also wenn ich mit Marcel war, haben die Leute, also ohne, sie wussten es natürlich, weil es öffentlich ist, aber die haben immer gesagt so, ja, ihr seid so ein Couple, ihr seid nicht couple-lich miteinander. Also wir waren immer einfach so wie Bros. So, das hat jeder zu uns gesagt. Und mit Jamie bin ich halt couple-lich so. Ja, sehr couple-lich, ja. Warum sagst du sehr? Ist das jetzt... Guck, ich fühle mich jetzt schon wieder so, als wäre es falsch. Echt? Es ist voll krass. Ist für dich, wenn ich sage, ihr seid sehr couple-lich, ist das negativ? Nee, aber zum Beispiel, ich möchte auch kein Paar sein, was... Also ich will es ja schon so ein bisschen so private haben und ich... Eigentlich finde ich das immer voll süß, wenn Paare öffentlich ein richtiges Paar sind. So, ich fand das immer an meinen Freunden so übertrieben süß, wenn die so einfach so ein tolles Paar sind und man so sehr... Auf Social Media öffentlich oder wenn man unterwegs ist? Wenn man unterwegs ist. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, du hast einen Freund und ihr macht da rum und findet, ich finde, also ihr seid dann kurz süß zueinander. So, dann gucke ich mir das gerne an und denke mir so, oh, süß. Aber ich hasse das voll, wenn ich mit sowas im Mittelpunkt stehe. Es ist voll komisch. Also es ist ja auch nicht der Mittelpunkt, aber wenn zum Beispiel ich mit Jamie irgendwo bin und so süß bin und jemand dann... Ich habe dann Angst, dass ich Leute damit trigger. Ich glaube, das ist es. Also ich habe Angst, dass ich Leuten damit gerade unter die Nase reibe, dass ich glücklich bin und die sind vielleicht gerade nicht glücklich. Das ist so dumm. Aber es könnte aber auch irgendwie dann daran liegen, dass du dir selber nicht traust einzugestehen, dass du das Glück verdient hast. Oh, das ist hart gerade. Ja, kann schon sein. Weil in der Regel sagen dir keine Menschen, dass die das triggern, sondern das sind alles deine Gedanken. Du gehst davon aus, das ist alles was, was in deinem Kopf passiert. Und das passiert nur, weil irgendeine Stimme in deinem Kopf dir selber dieses Glück nicht gönnt. Beziehungsweise weil eine Stimme in deinem Kopf im Unterbewusstsein darüber nachdenkt, habe ich das jetzt verdient, darf ich gerade so süß mit meinem Partner sein. Ja, kann so sein. Weil das ist so oft, dass wir einfach Ängste, dass jemand so etwas denkt, einfach nur in einen Menschen reinprojizieren, weil das selber in uns irgendwo ist. Das ist ja auch beim Dating so. Wenn ich die ganze Zeit Angst habe, dass ein Typ das und das denkt, aber der sagt das eigentlich nie, dann ist das ja eigentlich nur meine Projektion. Ja, kann gut sein. Wobei ich nicht ganz genau wissen würde, ob ich es, ja darüber muss ich mal nachdenken. Ich glaube schon, dass es auch ein bisschen daherkommt, dass ich sowas schon erlebt habe, dass Leute so, ja, also, wenn jemand konkret sagt, ich fühle es nicht, dass du jetzt hier kappelig glücklich bist, dann ist es halt, ja, aber trotzdem. Aber dann solltest du dich nicht schlecht fühlen. Nee, genau. Wenn es jetzt in so einer Situation ist, dass jemand gerade irgendwie wirklich, ich sitze hier und ich komme zu dir und heule, weil sich gerade der Typ von mir getrennt hat. Und ich meine, du dann, dann würde ich denken, jo, also das ist schon scheiße von dir, lass das mal. Aber wenn es jetzt normal ist und jemand kommt nicht damit klar, dass du offensichtlich glücklich bist, dann ist das wieder ein Problem bei den Menschen und nicht dafür, dass du glücklich bist. Ich glaube, ich will es einfach immer allen recht machen und ich, wenn ich weiß zum Beispiel, dass Freunde von mir gerade unglücklich sind, dann ist es mir einfach übertrieben, unangenehm, mein Glück vor denen zu sein. Ja, das ist ja auch normal. Ich würde auch zum Beispiel niemals so mein Glück betonen. Ich würde niemals vor jemandem, bei dem es jetzt gerade zum Beispiel jobmäßig nicht läuft, die ganze Zeit sagen, wie gut es bei mir läuft oder so. Ich finde, das ist so eine ähnliche, die ähnliche Weise. Aber es ist für mich einfach auch noch neu. Es ist für mich einfach wirklich neu, so verliebt zu sein. Also nein, das klingt gemein. Es ist nicht neu, aber es ist wieder da. Die Art. Ja, du warst bei beiden Männern komplett verliebt, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Ja, genau. Ja, genau. Es war einfach an. Also wenn der Gegenpol halt das nicht so anders zurückspiegelt, wir haben uns halt auf eine andere Weise dann so geliebt. Und Jamie und ich sind halt beide so voll so cute miteinander und das hatte ich vorher einfach nie. Und das ist einfach für mich auch neu und ich muss mich damit noch so voll, also ich finde das einfach mega schön, aber ich glaube, es ist einfach neu. Es ist einfach eine neue Seite. Hast du Angst davor, dass das weggeht? Nee, ich glaube, das geht nicht weg. Meinst du? Ich glaube, es ist einfach unsere Art. Also wir sind einfach seit Tag 1 gefühlt, jeden Tag zusammen, 24 Stunden. Und wir sind so selten voneinander getrennt. Wir machen echt wenig zur Zeit so getrennt voneinander. Aber ich liebe das auch irgendwie voll. Und ich, also wann soll es weggehen, wenn es, also wir haben schon so viel Alltag und so. Ich glaube, also wenn ich es jetzt vergleiche mit anderen Beziehungen, ich hatte jetzt nicht nur eine Beziehung vorher, sondern auch mehrere, da war das nie so. Also da wäre es jetzt schon weg. Weißt du? Ja. Also ich habe noch Kribbeln im Bauch nach einem Jahr, fast so. Weißt du, das ist, ist das nicht toll? Also. Ich finde es einfach generell schön, jetzt auch bevor, also am Anfang schon, als das am Anfang des Jahres, dein ganzer Content, das haben dir auch echt viele immer geschrieben, ich fand es richtig schön in deinem Content zu sehen und ich finde es aber auch schön in Persona zu sehen und ich finde, ihr seid so ein Gegenbeispiel dafür, was man eigentlich über öffentliche Couples sagt, weil man ja ganz viel sagt, Pärchen, die ihre Beziehung so positiv und schön und cute auf Instagram und so darstellen, bei denen kannst du dir sicher sein, ist das nicht so, weil viele einfach das dann kompensieren müssen und dann sich selber was vormachen und das so darstellen und man sagt ja voll oft, die besten Beziehungen sind privater, aber ich finde, ihr seid ein gutes Gegenbeispiel dafür. Oh ja, doch süß. Also geht es halt auch mal an die Zuschauer, weil ich euch ja auch persönlich kenne und auch einfach weiß, dass du auch persönlich ohne Kameras strahlst durch diese Beziehung. Ja, ich habe, guck mal, ich finde, eine Beziehung ist ja auch so, da sollte einfach noch so, das, was du vorhin mit diesem Zahnrad gesagt hast und es muss auf einmal so Klick machen und es sollte dich einfach auf irgendeine Weise noch weiter antreiben und so, ich, man sucht ja irgendwie immer so seinen Gegenpol oder seinen, seinen Partner in Crime einfach irgendwie so. Ja, das, das, was ich die ganze Zeit sage, ich will eigentlich nur einen Partner in Crime. Genau und wenn man das gefunden hat, ist das einfach so ein tolles Gefühl und für mich macht das eben auch aus, dass man viele Sachen zusammen macht, so, keine Ahnung, ach, das ist einfach toll und ich danke dir für diese Worte, das war total süß gerade. Aber ich muss auch sagen, ich kenne viele Beziehungen, die in echt auch schön sind, die, also was heißt viele, aber so zwei, drei kenne ich auf jeden Fall auch, wo ich es auch sagen muss, die leben es sehr öffentlich aus, aber die haben es auch in Real Life schön. Aber es gibt auf jeden Fall auch Beispiele, wo es, wo es wirklich, wirklich sehr schlimm zugeht, so mit jeden Tag heulen und schreien und dann aber auf TikTok so. Ja? Ja. Oh, ich finde es so schwierig. So traurig. Ich finde es so traurig. Das Ding ist halt, wenn man sein, also auch noch so eine Sache vielleicht, die wir noch hier kurz ansteigen können, wenn man sein Content halt nur darauf basiert. Es gibt halt super viele Couple-Accounts und super viele, ich glaube dann, ab dann gibt es einen riesengroßen Druck. Ja. Marcel und ich haben ja auch mal so eine Zeit gehabt, wo wir richtig wenig Content zusammen gemacht haben, weil wir einfach gemerkt haben, unser Arbeitsverhalten und so miteinander macht das eigentlich alles gerade noch ein bisschen schlimmer. also so am Anfang war das so unser Ding so ein bisschen und dann haben wir aber sehr viel, es wurde sehr viel nur Business. Wir haben nur noch darüber gesprochen, wir haben nur noch, weil wir, weil sich auch unsere Interessen so weit weg voneinander entwickelt haben, haben wir irgendwann nur noch über Content geredet und nur noch, das war dann unsere Beziehung. Ja. Und dann haben wir immer gesagt, boah, das tut uns nicht gut, weil wir haben uns dann auch, es war teilweise, da habe ich Videos nicht hochgeladen, weil wir uns die ganze Zeit angezickt haben oder manchmal haben mir unter die Videos Leute geschrieben, so boah, Sonny, du bist echt voll gemein zu Marcel oder Leute haben geschrieben, alter Marcel, hör dir gar nicht zu. Ja, dann mischen sich Leute so in die Beziehung ein. Genau, und ich verstehe das, weil man lädt es ja auch hoch und man sieht dann offensichtlich, da stimmt irgendwas nicht und so, aber es war halt noch schwerer, weil dann diese Kommentare da standen, dann hat man es gelesen, übertrieben ernst genommen, wir hatten dann voll oft auch Real Talks deswegen und so und ich glaube halt, dass Leute, die nur ihren Content darauf basieren, wir hatten halt Glück, wir konnten dann einfach sagen, ey, wir zeigen uns nicht mehr so oft und gut ist so, aber es gibt halt super viele Beziehungen, die ganz, ganz, ganz doll darauf basieren, wo man merkt so, okay, das ist es halt so. Klar, die Leute lieben immer, sowas zu sehen und so, aber man muss irgendwie noch eine eigenständige Person sein. Safe. Weil sonst baut man sich dann zu großen Druck auf. Das ist ja genau das, was ich auch eben meinte, unabhängig von Social Media. Auf beiden Ebenen, einfach wirklich im realen Leben und aber auch, wenn du Social Media als einzelner Person oder als Couple machst, musst du einfach darauf achten, dass du dein eigenes Leben hast, dass du selber auf eigenem Bein stehst, dass du deine Sachen hast, die dich glücklich machen und dann ist einfach diese Beziehung nur ein Add-on. Genau und auch Social Media, die dazu zeigen, sollte so ein Goodie sein. Genau, sollte auch nur ein Add-on sein. Ich bin echt nicht dafür, eine Beziehung so als Businessmodell zu nehmen. Aber ich finde es trotzdem schön, so viel Content so von euch zu sehen. Ja, ich mag es, solange es Spaß macht und man das nicht auf Krampf macht, finde ich das auch, also es erfüllt mich ja auch und viele haben auch gesagt, ey, warum hast du so früh deine Beziehung bekannt gegeben? Stimmt. Weil ich es einfach rausschreien wollte. Ich war so glücklich, ich war so, Digga, ich habe jetzt einfach Bock darauf und es war einfach so ungeplant. Wir haben es einfach gemacht. Meine Schwester war so hier, ich wollte eigentlich ein Bild mit ihr hochladen und dann war ich so, weißt du was, ich mache jetzt ein Bild mit Jamie und dann hat meine Schwester ein Bild von uns gemacht und wir haben es hochgeladen. Du hast nicht lange darüber nachgedacht? Nö, null. Was hat er dazu gesagt, als du meintest, du machst das jetzt? Er hat sich da gar nicht richtig dran eingemacht, er hat immer gesagt, okay, bist du dir sicher und so. Natürlich fand er es auch schön, dass ich dann so öffentlich zu ihm stehe, so mäßig, weil es war schon so, nach der Trennung haben viele immer so Witze gemacht, so oh, und wählen, klärt sie sich jetzt und auf lustig so. Ich habe das Spiel ja auch ein bisschen mitgespielt, so. Ja, also, war, also, ja, ist schon so. Also ich habe öfter so Reactions gesehen an meiner Roomtour und sowas. Es ist ja auch lustig und so Single Sony, jetzt können wir in die DMs sliden und solche Sachen. Aber es ist dann natürlich auch nicht geil, wenn man dann gerade jemanden kennenlernt. So in der Zeit waren wir auch noch nicht zusammen, aber es war so, da wurde es schon so, und es ist schon irgendwie dann komisch, es ist einfach komisch, eine Person des öffentlichen Lebens, die gerade frisch Single ist, zu daten, so glaube ich, es ist schon. Aber, also er hat mir da gar keinen Druck gemacht und ich glaube, vielleicht hätte es auch noch für ihn länger dauern können oder so, aber ich glaube, es war eigentlich nie so ein richtiges Thema. Er wusste halt, dass, also wir wussten halt, wenn wir es posten und vor allem so früh, dann, wir wussten, dass es vielleicht Hate geben wird oder so. Aber das war mit dem Moment so scheißegal, ich war so glücklich und ich war so, ich sage es jetzt, weil ich mir so sicher bin und, weil es ist ja auch ein Risiko dabei eigentlich. Definitiv. Aber ich wusste einfach irgendwie, dass es ist. Deswegen sagt man ja auch, dass man Sachen nicht so schnell öffentlich teilt, weil man erstmal gucken will. Ja, ich wusste es irgendwie. Ja, es war, es war riskant, es war übertrieben riskant, aber ich habe es einfach gefühlt. Und auch nie bedroht? Ne, null. Auch so Hate-Sachen oder so, die dann kamen? Oder Vergleiche und irgendwie das mit Marcel? Also, so Marcel wusste das eh vorher, also ich habe es ihm gesagt, bevor es öffentlich gepostet wurde, wir hatten auch da noch ein bisschen mehr Kontakt als jetzt. Und wir haben uns immer gegenseitig sowas erzählt, so wenn wir irgendwie gedatet haben oder so. Aber, also, mich haben natürlich Sachen getriggert, also sage ich ehrlich so, tut es ja immer. Und das kann man auch nicht ablegen, es ist einfach teilweise frech, was Leute sich rausnehmen. das kommt. Aber denen will ich gar keine Aufmerksamkeit geben, sie sind einfach Opfer. Ich schwöre, sie sind Opfer. Ich habe jetzt noch ein paar wenige Fragen aus der Community an dich. Da kamen auch ein paar Fragen, die brauche ich jetzt nicht fragen. Nee. Sonny, bist du noch Jungfrau? Ja. Um Sternzeichen? Ey, warte, hast du es mitbekommen, dass es ein neues Sternzeichen geben soll? Ja. Schlangenträger? Ich ignoriere das. Laut, also wenn das. Sonst wäre ich Fische. Ja, ich wäre Jungfrau dann. Auf gar keinen Fall. Also ich bin so ein krasser Wider, also, Entschuldigung. Ich bin Skorpion, ich bin einfach. Stell dir mal vor. Nee, ich ignoriere es. Aber ich glaube, vielleicht zählt es auch nur für die Leute, die jetzt geboren werden. Ja, so ist das. Naja, macht ja auch vielleicht Sinn, weil die Mond ist, als alles anders steht, Klimawandel, keine Ahnung, alles anders. Klimawandel ist immer der Grund. Aber Ding, warte, Skorpion wäre nur so ein paar Tage dann, so fünf oder so. Richtig komisch. Tiere und dann kommt das. Okay. Jungfrau ist auch kein Tier. Ich verstehe schon. Erstes Date deines Lebens. Kannst du dich daran erinnern? Also, was zählt als Date? Ich kann mich an mein erstes Treffen mit dem Jungen auf so einer Basis erinnern, wo ich ihn auch geküsst habe, glaube ich. Und ich war, oh mein Gott, ich war, vielleicht war ich 13 und ich habe, oder vielleicht war ich auch schon 14. Ich kann es nicht sagen, ich war so unendlich doll in den verknallt. Der hat in der Straße von unserer Schule gewohnt und der hat echt mit allen Girls gespielt. Das war so schlimm. Er hatte wirklich gefühlt was mit jedem in unserem Freundeskreis. Und du hast dich dann gefreut, dass du ihn hattest? Nee, ich hatte ihn nicht, also am Arsch. Achso, ich dachte Date und Küssen? Ja, ich dachte halt auch Date und Küssen, aber das hat er halt mit jedem gemacht. Achso? Ja. Oh, sad. Wir haben immer so geschrieben und so, dann hat er mir, aber dann haben wir so rumgemacht und so und dann, Gott ist das so, ja, keine Ahnung. Ich weiß noch, das war so verknallt, ich konnte beim Frühstück nichts essen. Und soll ich dir mal was sagen? Ich hatte das da, dieses mit diesem, dass ich so krass Schmetterlingebauch hatte, dass ich nichts essen konnte. Und das hatte ich auch bei Jamie. Nur bei diesen beiden Typen hatte ich das. Es ist schon verrückt. Ich dachte, das ist so ein erstes Mal verliebt sein Gefühl, was nie wieder kommt. Und ich hatte das sonst einfach bei keinem Typen. Ich hatte es nur noch bei Jamie. Ich konnte nichts essen. Ist schon verrückt. Okay. Ich sage da gerade einfach nur nichts dazu, weil ich sonst immer sage, dass das kein gutes Zeichen ist. Deswegen sage ich jetzt einmal nix dazu. Ach so, okay. Ja, also. Gehen wir einfach zu Spice. Wir haben hier schon ein paar... Kann ich kurz mal mein schlechtestes Date erzählen? Ja, ist nämlich auch eine Frage. Ah, okay. Ja, okay. Also, ich war mit einem Typen, den habe ich auf, wie, ich frage mich, wie es geht, ich weiß es nicht mehr, auf MSN kennengelernt. Wie geht das bitte? Du brauchst doch die E-Mail-Adresse. Wie kannst du dir jemanden auf MSN kennenlernen? Ich verstehe es auch nicht. Doch, ich hatte bestimmt auch irgendwelche Typen, die ich nicht wirklich kannte. Aber wie? Man wurde manchmal irgendwie so einfach angeschrieben, weil irgendwer einem die E-Mail-Adresse... Nee, okay, das hatte ich nicht. Ich erinnere mich nicht mehr, es war auf MSN auf jeden Fall. Da brauchte man auf jeden Fall die E-Mail-Adresse für alle, die nicht wissen, was es ist. Ich glaube viele. Ja, also deswegen. Und das war so, eigentlich wie so ein Chatroom, man hatte so ein eigenes Fenster. Es war wie WhatsApp, nur auf dem Computer und nicht am Handy. Ja, genau. Ja, war ja WhatsApp. Also, verschiedene Chats konnten reden, aber nur brauchst du die E-Mail-Adresse von dem. Ja. Oh, wow. Okay, ja. Auf jeden Fall war das krass. Das war damals so, wow, das war das Ding. Und da hatte ich auf jeden Fall mit so einem Typen gechattet und ich fand den eigentlich ganz süß. Der hatte so eine Tastin-Lieber-Frisur. Ich war so. Wie alle. Aber es war so, ich habe einfach ein bisschen mich so ausgetestet. Ich habe damals immer dann so gelernt, wie man flirtet und so und mir so Tutorials angeguckt. Richtig cringe, wirklich ehrlich. Ich habe alle Bravo-Tipps angewendet und so. Echt? Der war dann ein paar Jahre älter als ich. Dann hast du immer selber Tipps gekriegt. Ich glaube, der war sogar 19, Alter, und ich war 14. Ich weiß noch, habe ich mit meiner Mutter drüber geredet, ob ich den besuchen darf, weil sie war so, Digga, der ist viel zu alt und so. Sie hat bestimmt gesagt, Digga, Sonny, der ist zu alt. Sie hat mit ihm telefoniert einfach. Was? Und ich habe mit seinen Eltern telefoniert und dann haben die es erst zugelassen. So cringe. Das hat dich mit einem 19-Jährigen getroffen. Ja, warte mal, weil wir uns halt nur aus dem Internet kannten. Ja, stimmt, dann. Warte, ich finde es im Nachhinein eigentlich gut, dass aber unsere Eltern safe, also gegenseitig die Eltern haben gesagt, ey, wir wollen uns kurz checken und so. Das war echt cool. Um Gottes Willen. Das war gut, aber. Wenn ihr 13, 14 seid, trefft euch nicht einfach mit einem 19-Jährigen aus dem Internet. Auf gar keinen Fall. Nehmt eure Eltern mit zum Treffen. Oh, ich war 14. Oder war ich 15? Der Altersunschi war riesig. So, auf jeden Fall sind wir dann zu einem Mediamarkt gegangen oder Saturn und er hat mir einfach seine komplette, wir waren erstmal bei McDonalds, er hat einen Salat gegessen und hatte dann das ganze Date so ein richtig fettes Salatplatz zwischen den 10. Und dann hat er mir im Saturn seine kompletten, also wir sind einfach durch das CD-Regal oder DVD-Regal gegangen und er hat mir einfach, ach, den hab ich geguckt, der war gut. Den hab ich geguckt, der war gut, das ist cool. Er hat mir einfach alles gezeigt, was er hat und geguckt hat. Das war unser Date und ich war so, schön, ich geh jetzt mal wieder. Ja, das war unser Date. Es war einfach, wir sind da hingegangen, er hat mir alles gezeigt, was er gesehen hat. Hey, wir können in den Mediamarkt gehen und ich zeig dir, welche Filme ich geguckt habe. Ich glaube, es war irgendwie, wir wollten eigentlich ins Kino gehen und dann war er zu früh. Nee, wir waren ja wie zu früh und dann hat er, ich erinnere mich nicht mehr dran, es war auf jeden Fall ganz, ganz unangenehm und dann ist es auch richtig psycho geworden danach. Ja, daran erinnere ich mich noch, ich war ein bisschen traumatisiert davon. Sowas, finde ich, sollte man übrigens auch niemandem antun, dem einen abserviert. So unter Druck setzen. Ja, genau, es war Todes der Druck. Es war wirklich ein Riesendruck, den er aufgebaut hat und das hat mich noch mehr abgeschreckt. Also, wenn man darauf chilliger reagiert und irgendwie einfühlsam ist auch, obwohl es natürlich schwer ist, ist es ein bisschen einfacher, aber so diesen Druck aufbauen. Ich glaube, nur deswegen habe ich ihn auch so schlimm in Erinnerung, weißt du, weil du sagst ja gerade, das Date war gar nicht so schlimm, aber irgendwie mit diesem Ende macht es das alles ganz verrückt. Soll ich dir eine spicy Frage stellen? Ja. Bist du ready dafür? Kannst du das? Ja, natürlich. Was ist deine Lieblingsstellung? Ja, schwierig. Also, ich weiß es gerade gar nicht mehr so richtig. Fühle ich irgendwie. Ich habe früher immer gesagt Doggy. Habe ich früher auch gesagt, aber sage ich mittlerweile nicht mehr, weil ich mir so denke, das, was dich gerade in dem Moment gut anfühlt, Spaß macht. Ja, irgendwie schon. Also, ich mag irgendwie alles. Also so hintereinander weg? Ja, also immer mal so, erst das und das und das. Aber ich bin auch gerne oben auch. Das finde ich auch gut. Warst du Sutra-Buch schon durch? Nein. Ich bin, ich mag das nicht so dieses Zufs. Also, ich muss da nicht irgendwie in der Schere sein und keine Ahnung, was das alles ist. Ich glaube, du hast mir mal Ja, oh! Du hast mir mal so einen guten Den Doggy-Tipp. Du hast mir einmal einen Tipp gegeben, wie ich versuche, einen Soll-Sex zu haben. Hast du geklappt? Um es für mich besser zu machen. Mir ist es dann erst viel später bei einem Typen aufgefallen, so wirklich so ein Jahr später, der halt genau diese Position als Lieblingsposition hatte. Und dann ist mir so aufgefallen, ich hatte noch nie so Sex. Aha. Aber war nicht lang genug, um es wirklich so auszukosten, um zu gucken. Du musst es probieren, einfach richtig. Aber du meintest es auch mit Anspannen, ne? Ja. Das ist schwierig, glaube ich. Tja, Freunde, das wird immer ein Geheimnis bleiben. Ja, das ist eine ganz geheime Position, die so die Magic Position mit Anspannen ist. Mit der kommt man immer. Mit Ansage. Ja, ich muss das nochmal ausführlich testen. Ja, definitiv. Aber du bist nicht so die spicy Person? Hast du lieber so ein bisschen... Nein, doch. Doch. Du hast lieber ein bisschen alles schön Vanilla? Nee, eigentlich nicht. Also, du musst Stopp sagen, wenn du nicht mehr weiter erzählst, das ist deine freie Entscheidung. Nee, also, ich mag nur nicht so ausgefallene Stellungen. Also, ich muss jetzt nicht über den Kopf gehalten werden. Aber generell Dinge ausprobieren? Ja, das ist auf jeden Fall. Bist du offen? Das ist doch schön. Ja, also, ich liebe sowas. Schon immer? Ich liebe Sex, das macht sehr viel Spaß. Nein, ja, kommt drauf an. Also, mit manchen Leuten macht es halt mehr Spaß, mit manchen weniger. Und jetzt bin ich gerade sehr, sehr glücklich. Und ich liebe das halt auch, mit meinem Partner Sachen auszuprobieren und so. Also, das ist schon... Das ist toll. Das ist schön. Nee, ich finde das wirklich toll. Ja, eigentlich alle Fragen haben wir in dem Gespräch schon mit Heartbreak und Unterschied mit Jamie. Wir haben eigentlich echt alles beantwortet, was die Leute wissen wollten. Ich glaube, wir haben sehr viele Infos gegeben. Wie lange geht diese Folge? Zwei Stunden. Wow. Ihr habt jetzt offiziell die längste Folge. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß daran. Wir hatten auf jeden Fall Spaß. Ja, voll. Das war für uns eine Therapy-Session hier. Ja, wenn man mal kommt, dass es bei mir raus ist. Ja, ich hoffe, wir hatten alles dabei. Heartbreak, Saufen. Liebeskummer und auch glücklich sein und Deep Talk. Wir haben auch viele Tipps gegeben. Und viele Manifestationssachen in das Ruhand spät. Wow, was für eine tolle Folge. Also Leute, wenn ihr Date-Diaries nicht weiterempfehlt, dann weiß ich auch nicht. Ja. Auch wenn wir echt wenig Date-Stories heute gehört haben. Nee, ich finde, wir haben schon... Es geht ja nicht immer nur um Date-Stories. Ja, ja, das stimmt. Ich finde... Es geht ja auch ums da drumherum. Genau. Und gerade auch so diesen ganzen... Ich will ja eigentlich auch voll viel über diesen Deep-Stuff und was viel im Kopf und mit der Kindheit und so. Das hängt ja auch alles zusammen. Genau. Das will ich ja eigentlich auch immer mehr reinbringen. Das bleibt manchmal auf der Strecke. Boah, du musst mal eine Folge machen so über Vorbereiten... Dinge, die du vorbereitest vor deinem ersten Date mit jemandem. Was bereite ich denn da vor? Rasieren oder was? Ja, sowas. Mache ich nicht, zur Sicherheit. Kürzeste Folge deines Podcasts. Putz Zähne reicht. Und tschüss. Bewertet den Podcast gerne mit fünf Sternen, wenn er euch gefallen hat. Und guckt auch bei Instagram auf datediaries-podcast, weil dann könnt ihr vielleicht dem nächsten Gast auch Fragen stellen, wenn euch was interessiert. Die YouTube-Folge habe ich euch schon erzählt, dass es das gibt. Sonny könnt ihr natürlich auschecken, falls ihr Sonny gar nicht kennt. Like da lassen. Folgen, folgt mal. Folgen, ja. Wenn ihr auf Spotify noch nicht folgt, folgt mal. Ja, auf jeden Fall. Sehr wichtig. Hast du noch einen Abschlusssatz, den du den Menschen auf den Weg geben willst? YOLO. Oh Gott. Ja, auf jeden Fall.